...eine Tierhandlung mit vier kleinen Babyschildkröten. Das waren wir! Ja, unterbrech mich nicht. Kurz danach wurde ich von einem seltsamen Mann angerempelt. Irgendwas stimmte nicht mit ihm. Ich beschloss ihm zu folgen. Geh nicht weiter. Dieser Ort ist ein Ort, an dem dir nicht erlaubt ist, an diesem Ort zu sein. Wir wurden von dir an diesem Ort gesehen, also ist dies kein Ort, der von dir verlassen wird. Das war der Beginn unseres gemeinsamen Lebens. Es war die mysteriöse Substanz in diesem Behälter, die uns auf gewisse Weise zur Welt gebracht hat. Mom! Aber jetzt, wo wir schon 15 Jahre alt sind, sind wir doch endlich bereit für die Erdoberfläche, richtig, Sensei? Ja! Ja! Und wenn, lasse! Und nein! Oh, mein Volter, nee! Ich hasse es, wenn er das macht! Ihr seid zwar schon stark, aber immer noch sehr jung. Euch fehlt noch die Reife, euer Können weise einzusetzen. Aber, Sensei, ist das ein endgültiges Nein? Ja! Und nein! Weisheit bekommt man immer durch Erfahrung. Und Erfahrung bekommt man durch die Fehler, die man macht. Aha! Also, um weise zu werden, muss man gewisse Fehler machen dürfen. Und deshalb dürfen wir hoch! Nein! Und ja? Nein! Sensei, wir wissen, ihr wollt uns vor allem beschützen. Aber wir können doch nicht unser gesamtes Leben hier unten verbringen. Hm. Ihr dürft gehen. Heute Abend. Buja, Kuscha! Gebt mir drei! Mr. Crankshaw, Lagebericht. Unsere Lage ist völlig verzweifelt. Wir explodieren in zwei Sekunden. Danke, Captain. Meine Herren, ich habe einen mutigen und riskanten Plan. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Alle meine Befehle müssen bedingungslos erfüllt werden. Allee, Sir! Du weißt, dass die Serie blöd ist, oder? Space Heroes ist eine tolle Serie. Und Captain Ryan ist ein toller Held. Und irgendwann werde ich mal genauso sein wie er. So gern wie du dich selbst reden hörst, schaffst du das locker. Es geht los! Musik Ihr geht in eine fremde und feindselige Frau. Welt. Und deshalb müsst ihr immer sehr wachsam sein. Hai, Sensei! Bleibt immer im Schatten. Hai, Sensei! Redet niemals mit Fremden. Hai, Sensei! Und da oben ist jeder ein Fremder. Hai, Sensei! Gebt lieber hier nochmal aufs WC. Die Toiletten da oben sind ekelhaft. Sensei! Viel Glück, meine Söhne. Das habt ihr aus mir gemacht. Und jetzt werdet ihr dafür büsten. Das ist Snake. Und er ist offenbar zu einem... Super-Unkraut mutiert. Sehr merkwürdig. Ich hätte ja eher gedacht, dass aus ihm eine Schlange wird. Ach, wirklich? Und wie kommst du auf diesen Quatsch? Na, weil sein Name Snake ist. Na und? Hast du nie deine Englisch-Vokabeln gelernt? Ja! Ich zertödel euch, Tottels! Äh, dürfen wir dich als Zimmerpflanze adoptieren? Also, ich glaub, das heißt dann wohl nein. Ikit! Ikit! Ich will nichts davon abkriegen! Ich will nichts davon abkriegen! Nein! Ich hab was abgekriegt! Dem wächst alles nach? Echt unfair! Donnie! Los! Ich hab ich dich! Ich hab ich dich! Snakefake hat aber mächtig viel Power Snakefake? Ja, sein Name war Snake, aber das war bloß ein Fake, denn er wurde zu... Ach, vergiss es! Wir müssen ihn bloß aufhalten, bis Donnie wiederkommt! Und dabei nicht von Alien-Robotern erschossen werden! Mit Gehirnen drin! Das ist doch jetzt egal, Mann! Was war nochmal der Plan, Chef? Den überarbeite ich gerade! Ja! Die Starkstromleitungen! Oh nein, geht das jetzt etwa wieder von vorne los? Perfekt! Rav, Mikey! Na toll, ich hab grad noch gedacht, das ist ja alles viel zu einfach! Nur keine Angst, ich bin bei dir! Alles okay? Dad... Was soll denn das werden? Die locken ihn direkt zu diesem Stromgenerator! Das ist ja wohl vollkommen bescheuert! Oder brillant! Oder... Oder beides! Hey, komm her und hol mich, stinke Flansche! Ah! Mein Handy! Craig, sieh an dem Ort nach, wo das Ding ist, was diesen Lärm macht und sag uns, welches Ding an diesem Ort diesen Lärm macht. Das hört sich für mich ganz und gar nicht gut an. Und ich finde, es sieht auch verdammt übel aus. Was habt ihr mir angetan? Jetzt bin ich aber echt sauer. Nur keine Bange, zu viert haben wir den im Griff. Ist vielleicht ein blöder Moment, um darauf hinzuweisen, aber du hast einen von uns vier heimgeschickt, stimmt's? Und inzwischen wünschte ich, du hättest mich heimgeschickt. Das ist alles bloß eure Schuld und deshalb ruf ich euch jetzt die Köpfe ab. Na schön, Jungs, macht euch bereit, der Gerechtigkeit mit aller Macht Geltung zu verschaffen. Nur einfach nur macht ihn fertig. Macht ihn... Ist das alles, was du kannst? Die Antwort, die ich eigentlich hören wollte, war... Ja... ... Ja... Wir haben keine Chance gegen Spider-Bites Spider-Bites? Naja, er ist eine Spinne und er beißt Also dachte ich... Wir haben's kapiert Was habt ihr beide mit Chris angestellt? Sagt es oder ihr kriegt Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Sollte ich das wissen? Wir zwei sind uns schon begegnet Nein, unmöglich Doch nicht Der Kerl mit der Katze? Du Vollidiot Red Red? Was? Ich dachte, wir wären Freunde Ich hab dir sogar alle meine Zähne vorgestellt Hast du tatsächlich gedacht, jemand wie ich würde einen Freak wie dich zum Freund haben wollen? Erbärmlich Ich sag, wir lassen ihn verschwinden Nichts würde mich glücklicher machen Aber wir brauchen ihn Gehört alles zur Volle Red Red Red? Red Red? Red Red? Leute, das war fanatisch. Ich glaube, du meinst fantastisch. Perfekt. Sie sind in der Falle. 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 Wir sind in Ihrer Falle Erledigen wir sie Wir sind in Ihrer Falle Die wussten, dass wir Ihnen folgen Na klar doch Und das Waldchen schwingt Dreht auf Bist du sicher, dass das funktioniert? Was hat der Sensei gesagt? Nicht die Rüstung bekämpfen, sondern den Mann, der in ihr steckt Und was haben wir inzwischen über Schurken gelernt? Die jagen am liebsten Mikey Jungs, der Stockman-Port hat Raketen! Und wer macht sich jetzt vor Angst in die Hosen? Mikey! Jetzt reicht's Du wirst erledigt! Raph! Ich hab euch! Noch irgendwelche letzten Worte? Nur eins Bienen Bienen? Bienen! Bienen! Der Teepot! Und wer ist Und, äh, einigen wir uns auf Unentschieden? Einigen wir uns auf Unentschieden, Raph? Noch nicht. Nein! Nein! Jetzt steht's Unentschieden. Haha, wuh, wuh, was hat er nun davon? Ist er nicht cool? Den hab ich aus dem Crank-Droiden gebastelt. Okay. Und wieso? Weil die Drohne für uns das gefährliche Zeug erledigen kann, während wir in Sicherheit sind. Oh, verstehe. Ist was für Warmduscher, die zu feige für einen Kampf sind. Nein, für Warmduscher, die zu clever für einen Kampf sind. Ich meine... Oh, nennen wir ihn Metalhead. Ihr wollt wissen, wieso? Weil er einen Schädel hat, der aus Metall... Schon verstanden. Ich will doch keinen Toaster, der für mich in den Kampf zieht. Das ist total lächerlich, Donnie. Alles, was einen Ninja ausmacht, wird dadurch aufgehoben. Es unterstreicht, was einen Ninja ausmacht. Wir passen uns an. Und jetzt Achtung. Greift die Drohne an. Und haltet euch nicht zurück. Ganz sicher? Wir wollen dein Spielzeug nicht kaputt machen. Ich schon. Achtung. Ich hab euch den Panzer versohlt und das sogar ganz ohne die Laserkanone. Seht es ein, mit dem Ding bin ich unbesiegbar. Ach ja? Du weißt genau, was ich meine. Sensei, ich wollte fragen, ob ich Metalhead heute mit rausnehmen darf. Du darfst. Das ist sowas von unfair. Ihr dürft mir doch nicht. Ihr erlaubt es? Von dir wurde eine neue Waffe erschaffen. Wir müssen wissen, wie gut sie funktioniert. Ganz genau. Danke, Sensei. Aber es ist wirklich nur ein Test. Du setzt sie noch nicht im Kampf ein. Auf gar keinen Fall, Sensei. Du wirst ihn gleich im Kampf einsetzen, oder? Ja, na klar. Hör auf, dich zu wehren, Tyler. Du warst immer schon so hysterisch. Es reicht, Falco. Wir haben langsam genug von Ihrem... Sag jetzt nicht Affentheater. Das wollte ich doch überhaupt nicht sagen. Doch, das wolltest du. Es ist vorbei, Falco. Wir wissen, dass Rockwell von Ihnen mutiert wurde. Ja, er war meine Laborratte. Von wegen, Ratte. Der ist doch eindeutig ein Affe. Die Neurochemikalie, die ich gerade aus seinem Mutantengehirn extrahiert habe, verändert mich. Eure sämtlichen Gedanken sind für mich lesbar. Und darum ging es Ihnen von Anfang an? Selbstverständlich. Man wird unbesiegbar, wenn man die Gedanken seiner Feinde lesen kann. Ach, wirklich? Dann wissen Sie ja bereits, dass ich Ihnen gleich das Weiße... Dass du mir gleich das Weiße aus meinem Kittel prügelst? Ich lach mich tot. Das war noch gut, Karaten. Was? Na, 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 na. Wow! Als ob er Gedanken lesen könnte. Das kann er, du Krötenhirn. Hat er eben selber gesagt. Oh, kann sein. Ich habe nicht mehr zugehört, als er mit dem Ganzen, ich bin ja so böse, bla 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 angefangen hat. Wie besiegen wir jemanden, der immer weiß, was wir denken? Kein Problem. Das schaffe ich locker. Ich weiß ja, wie man kämpft, ohne zu denken. Warte mal. Wie kämpfe ich eigentlich, ohne zu denken? Oh nein! Jetzt denke ich darüber nach, nicht nachzudenken! Aua! Wer die Gedanken seiner Feinde liest, ist unaufhaltbar. Ich werde euch aus dem Weg räumen und dann stellt sich mir niemand mehr in den Weg. Da bin ich ja mal gespannt. Ich muss zugeben, dein komplexes Gehirn ist wirklich bewundernswert. Du hast ja so wunderbare Einfälle. Zu blöd, dass ich sie jetzt alle bereits kenne. Ach übrigens, denkst du ehrlich, du hättest irgendwelche Chancen bei dieser April? Ich krieg das hin. Ich muss nur kämpfen, ohne dabei zu denken. Nur nicht denken. Nicht nachdenken. Nachdenken. Ja, nicht denken. Nur handeln. Ja! Wow, Donnie! Gute Arbeit! Okay, er ist stark. Also kommen wir mit Schnelligkeit und List. Alle mit dem Plan vertraut? Mikey? Ja! Bist du ganz sicher? Ja! Dann wiederhol ihn mal. Ähm, vielleicht wäre es besser, den Plan doch nochmal durchzugehen. Gentlemen, willkommen auf der anderen Seite der Grenze. Jetzt brauche ich auf jeden Fall ein Tattoo. Autsch! Leute, dieser Kerl ist echt schwer. Entschuldigung. Entschuldige dich nicht bei ihm. Ich, ich meinte, Entschuldigung fürs Weiche fallen lassen. So sieht's aus. Und? Läuft alles rund? Gut. Oh je, Leute. Seht ihr das? Alter, Sever ist ein Scheusal. Wir sind da, Sever. Und nun lass den alten Mann gehen. Sorry. Es gab eine winzig kleine Planänderung. Eigentlich gibt's noch eine weitere kleine Planänderung. Ich liebe es, wenn geänderte Pläne aufeinandertreffen. Du lässt unseren Freund gehen? Dann lassen wir dein Freund gehen. Haha! Er ist nicht mein Freund. Äh, das ist kein Scherz. Okay, hör auf, oder er lernt fliegen. Lass ihn fliegen. Ihr erst macht mir so eine Menge Ärger. Äh, Rav? Ach, was soll's. Das hab ich gleich gewusst. Angriff! Ja! Ja! Eure Fähigkeiten sind beeindruckend. Aber sie werden euch nicht retten. Oh Mann. Denkt ihr auch, das ist... der Schredder? Auf jeden Fall ist er ein Schredder. Es ist bestimmt eine faszinierende Geschichte. Wie mein alter Erzfeind dazu gekommen ist, vier mutierten Schildkröten in Jutsu zu leeren. Und vielleicht lass ich einen von euch lange genug leben, um sie zu erzählen. Dafür musst du uns erstmal erwischen, Mikey! Saka-Dios, Alu-Nase! Ups. Na schön, der geht auf mich. Rav! Leo! Oh no! Ref! Ah! 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 Sag mir, wo Splinter ist, und ich verspreche dir, dein Ende wird schnell sein. Was ist das? Saber, Red Fort! Nein! Donny, du und Raph, ihr rettet April aus dem Welp. Mikey, du begleitest mich. Wir müssen den Tanklaster aufhalten. Äh, falls du's nicht weißt, ich hänge an Raph dran. Kein Problem. Das ist echt lustig, sag ich doch! Mikey, halten wir das Ding auf! Feuere den Greifhaken ab! Wird erledigt! Donny hat ja gesagt, wir wären noch nicht fertig! Ich weiß! Halt die Luft an, April! 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 Egal, wir verkloppen sie! Cooler Treffer! Cooles Gefährt! Oh, ja, naja, das hab ich gebaut. Äh, ich war allerdings noch nicht fertig. War das etwa schon alles? Ich würd sagen, das heißt nein! Ja! 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 Sohr gore! Ja! 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 Da ist er eh, endlich am ballоваher. Was hat doch nie über das Zeug gesagt? Mikey, wirf den Wasserballon! Äh, welchen Wasserballon? Der, mit dem du mich bewerfen wolltest! Alter, du hast es echt drauf! Guter Wurf, Mikey! Dr. Frankenstreich, schlägt wieder zu! Oh, du hattest zwei? Wo bewahrst du die immer auf? Die sehen wir uns als nächstes an! Tiefer uns! Selbstzerstörung! Mikey geht leider auch nicht ran! Das stimmt fast nicht! Ich wusste doch, dass die unsere Hilfe brauchen! Ist gleich soweit! 98, 99, ja! 100! Und aufbauen und aufbauen! Na komm schon! Und fertig! Noch zwei Teufels! Immer mit der Ruhe, Dogpound! Und Dexter Spagman? Baxter Stockman! Wie seid ihr meinen Mausers entwischt? Sind wir gar nicht! Wir haben uns gedacht, wir retten euch! So wie immer! Ach ja? Und warum seht ihr so ramponiert aus? Versuch du mal, 2000 Roboter abzuwehren! Nichts wie weg hier! Mikey! Gut aufbewahren! Wow! Eine Gamma-Kamera! Die spürt Radio-Isotope auf und mit denen muss er euch besprüht haben! Oh! Und wie werden wir die wieder los? Gar nicht! Die lösen sich langsam auf! Doch wenn jemand nach euch besprüht wird, gibt er ein stärkeres Signal ab! Oh! Ja! Wir brauchen schnell Stockman-Spray! Denn das lockt die Mausers an! Meinst du das Zeug da? Ich regel das Hundemann! Ein Spritzer und die sind alle Mauser-Headship! Ja! Hä? Hah! Ah! Ah! Goodnight! Ow! Ah! Owo! Kannst auflegen, Dog Pound. Dein Anruf wurde gerade abgewiesen. Man sieht sich! Gute Arbeit, Leute. Ja. Von heute an seid ihr das sogenannte A-Team. Tja, mehr werden wir von euch wohl nie kriegen. Yo, nein! Hey, Autsch! Hilfe! Alter! Leatherhead! Was soll das Theater, Mann? Du solltest lieber nicht hier sein. Ich habe dir vertraut und dann flippst du aus und greifst meine gesamte Familie an. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich habe dich gewarnt. Es gibt eine gefährliche Macht tief in mir drin, die ich einfach nicht kontrollieren kann. Und deswegen muss ich mein ganzes Leben lang allein sein. Leatherhead? Geh lieber weg von Mikey oder wir verarbeiten dich zu einer echt hässlichen Handtasche. Bitte. Ich will ihm nichts Böses antun. Es waren die Krägen, die mich zum Monster gemacht haben. Ich wurde von einem netten, menschlichen Jungen aufgezogen, bis seine Eltern mich entdeckten und im Klo runterspillten. Dann fanden mich die Krägen und brachten mich in ihre Dimension. Dort mutierten sie mich und machten schreckliche, grauenvolle Experimente mit mir. Aber meinen Willen konnten sie nicht reichen. Vor sechs Monaten entkam ich durch das Portal, das sie benutzt haben, um zur Erde zu reisen. Und dabei habe ich das hier gestohlen. Wofür haben sie das gebraucht? Damit wird ihr Portal angetrieben und ohne das Ding kann kein Krägen diese Dimension je wieder betreten oder verlassen. Ich schwor es, vor ihnen zu verstecken und diese Welt vor ihrer Boshaftigkeit zu verschonen, auch wenn mich das mein eigenes Leben kosten würde. Gebt Krägen die Energiezelle wegen der Krägen hier ist, damit ihr sie Krägen gebt. Das sind die Krägen! Schnell! Erwarnigadiert die Tür! Erwarnigadiert die Tür! Schreien! Wir sind unzingelt! Die wehren wir doch niemals ab! Wir müssen hier ganz schnell abhauen! Donnie, kannst du diese U-Bahn irgendwie in Gang setzen? Dieses Gleis ist tot, der Strom wurde abgeschaltet. Was ist mit der Energiezelle? Kannst du sie benutzen? Vielleicht kann ich sie an den Motor anschließen. Das braucht aber seine Zeit! Ich werde dir Zeit verschaffen! Mein Freund, du hast mir vertraut und deshalb werde ich jetzt dir vertrauen. Ich kümmere mich um die Krägen! Donnie, sonst läuft die Zeit davon! Ich mach ja schon so schnell wie ich kann! Donnie! Donnie! Jetzt mach schon! Ja, Don! Donnie! 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 Wo zur Hölle sind wir? Also, mein Berechnung zufolge... ...sind wir am Klärwerk. Wow! Es ist noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Du fängst an, mich zu langweilen. Karai! So was hast du doch gar nicht nötig! Ich weiß! Deshalb macht es ja auch so viel Spaß! Leo! Was? Was machst du da? Und wer ist das? Ähm... Tja, äh, Rev, Karai, Karai, Rev... Bist du etwa mit ihr befreundet? Wir riskieren da draußen unseren Hals und du bist hier oben und hältst Händchen mit dem Feind? Ich kann's dir erklären. Das dürfte sehr unterhaltsam werden. Also, das war so. Äh, Karai und ich, wir teilen eine gewisse Bewunderung für die großartige Schwertschmiedekunst von... Hier seid ihr, elenden Turtles, ja! Oh, was für eine Freude. Du darfst wieder unser Anführer sein. Willkommen zurück! Karei! Karei, bitte! Hilfe! Raph, komm mit! Ich weiß, was wir machen! Du bist der Boss! Und was jetzt? Wir greifen ihn an! Echt jetzt? Vertau mir! Auf geht's! Raph, komm mit! Raph, komm mit! Raph! Jetzt! Booyakasha! Raph! Gute Arbeit! Danke. Schön, wieder dabei zu sein. Und äh... tut mir leid. Was hast du gesagt? Ich konnte es nicht verstehen. Ich sagte, es tut mir leid! Ach... Ich nehm deine Entschuldigung an. Was ist los mit ihm? Als hätte ihm jemand sein Gehirn rausgenommen. Du meinst wie bei Mikey? Alter, du bist ja so vorhersehbar. Sensei, kommt wieder zu euch! Du vergeudest deine Worte. Denn hier ist nun meine Heimat. Bei meinen Brüdern. Er ist jetzt mein! Stellt euch mein Entzücken vor, als mir klar wurde, dass die Kontrolle über euren Meister mich nicht nur unbesiegbar machen würde, nein, ich besitze mit ihm auch den Schlüssel, der zu eurem Untergang führen wird. Splinter! Vernichte sie! The Sensei nicht! Wollen wir wirklich gegen ihn antreten? Vergesst nicht, wir haben ihn schon mal besiegt. Farsi! Ja, und wir können ihn wieder besiegen. Wir kriegen das hin, Jungs! Wir dürfen nur nicht zögern! Wir strecken den Sensei nieder! Jungs, mir kommt grad ne grauenvolle Erkenntnis. Er hat uns bisher immer bloß mit Samthandschuhen angefasst! Keine. Noch gut. Ja. Ja! 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 ua! Niemand schlägt Mikey außer mir! Sensei, bitte! Wartet! Erledige ihn! Erinnert euch, wer ihr seid! Hamato! Yoshi! Donny! Raph! Jetzt! Bitte, Vater! Wir brauchen dich! Nein! Hör nicht auf ihn, Bruder! Dein Platz ist bei mir! Mein Platz ist bei meinen Söhnen! Oh! Sensei! Und so verschwand er auf Nimmerwiedersehen! Graf Ratula! Ja, schon gut, er ist Rattenkönig, aber den nächsten benenne ich wieder! Oh! Ist er niedlich! Oh! Oh, der ist kein bisschen niedlich. Und was für einen Namen soll der jetzt von mir kriegen? Ist mir ziemlich egal. Macht's gut, man sieht sich. Du hilfst uns nicht, dieses Ding zu besiegen. Du hast es doch erschaffen. Ihr Helden kommt auch ohne mich klar. Karai, ich habe dir vertraut. Ich weiß. Ziemlich verrückt, oder? Und Jungs, sind wir jetzt alle Fans von Karai? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber ich weiß, dass ich sie hasse. Sieh nur, Leo. Die Krön sind jetzt auch auf unserer Seite. Sehr witzig. Netter Versuch, Octopussy. Nein, nein, wir nennen den Typ Octo-Aug-Apfel-Qallen-Käfer. Nennen wir ihn einfach nur Justin. Ah! Raph hat recht. Ich habe der Falschen vertraut. Hey, Justin! Schreib dein Test am Mess! Ja! Ha! Das war's mit dir, Justin! Das war's. Nix wie weg hier! Und jetzt... Erwarten wir ein paar Antworten von einem von uns. Entschuldigt, Jungs. Ich glaube, ihr habt vergessen, das zu bezahlen. Aber keine Sorge, ich akzeptiere Bargeld, Checks oder Zähne. Ho! Das war eine ziemlich gute Ansage. Was willst du denn machen? Du bist ganz allein und wir sind zu dritt. Willst du noch ein paar Freunde anrufen, damit's fair wird? Na, der traut sich ja was. Macht euch bereit für den geballten Zorn des Pulverizers! Das wird bestimmt toll. Ja! Jodo und Karate! Hilf, baff! Hoa! Oder auch nicht. Der Pulverizer wird gerade im Pul... Ich hab das Wort vergessen, aber wir müssen ihm helfen. Und für wie fair hältst du das jetzt, Fong? Wow! Die Turtles! Woher weiß er, wer wir... Das nenn ich Teamwork! High five! Hey, Fong versucht abzuhauen! Das wird er aber nicht schaffen! Ich hab ihn! So ein Mist, ich hatte ihn fast. Gar nicht cool, Mann. Die Cops! Wir müssen weg! Oh, hey, F! Tolles Teamwork, Jungs! Hör mal, ich weiß nicht, für was du dich hältst oder was du denkst, was du tust. Aber lass es. Vielleicht wär's besser, wenn wir uns zusammentun und... Oh, hey, ich denk... Wird ihr auch was quietschen? Oh! 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 Wir haben ein Problem. Was zum... Alles okay? Oh! Ja, na klar. Man kann doch auch überleben, wenn man nur eine Niere hat, oder? Toll. Erst versaut dieser Volltrottel uns ein schönes Purple-Dragon-Gemetzel und jetzt weiß er, wo unser Hauptquartier ist? Nein, kein Problem. Ich war unterwegs fast immer ohnmächtig. Levelhead! Trey! Leatherhead, bring ihn zum Portal! Wir haben es geschafft! Ja! Tolle Aktion! Gib mir drei! Was schon? Das Ding steht immer noch? Gib mir drei abgesagt! Hat jemand einen Plan, wie es weitergeht? Ich würde ja gern ein paar Mal draufhauen, aber ich befürchte, das bringt nichts. Äh, Jungs? Na, wenigstens kann der Tag nicht mehr schlimmer werden. Oh je, kann er doch. Ja, da kommt noch was anderes durch. Hat jemand eine gute Idee? Leatherhead, da kommt noch etwas durch, Portal! Nein, das werde ich verhindern. Lebt wohl, meine Freunde. Leatherhead! Nein! Nein! Leatherhead, ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Wir müssen hier ganz schnell raus. Wir können nicht einfach gehen. Solange das Portal funktioniert, sind die Crane gefährlicher als je zuvor. Wir müssen das Ding zerstören! Ein andermal. Wir kommen wieder. Das wird entweder richtig cool oder richtig schmerzhaft. Okay, es war beides. Der Laserbohrer ist 400 Meter vom Erdkern entfernt. Nicht mehr lange! Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Na gut, Insekt. Du denkst, ich hätte Angst vor dir? Ich hab dir schon zweimal in den Hintern getreten. Und jetzt willst du es auf ein drittes Mal anlegen, ja? Na schön, dann komm doch und hol mich! Ja! Der Laserbohrer ist auf 300 Meter. 200 Meter. Ah! 100 Meter. Jetzt grille ich dich! Ah! 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 Toll, Raph. Du hast dich deiner Furcht gestellt und die Stadt gerettet. Nicht übel für den Mittwoch? Mich meiner Furcht gestellt? Nein, ich hab sie voll besiegt. Ich hab meiner Furcht in die Augen gesehen und sie ein für allemal atomisiert. Ah! Autsch! Und du fürchtest dich also nicht mehr vor so nem Ungeziefer, hä? Nein. Gut, sehr gut. Denn ich hab dir eben ne Kakerlacke unter den Panzer gesteckt. Ah! 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 Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Hey! Das scheint von nebenan zu kommen. Habt ihr euer Date genossen? Hm. Sehr witzig. Eine starke Wechselstromquelle befindet sich unterhalb dieser Kanone. Ah! Ah! Nein! Ihr solltet euch doch gegenseitig vernichten und nicht zusammenarbeiten! Ah! Na was soll's. Ihr habt vielleicht irgendwie mein Labyrinth überlebt, aber dafür erwartet euch jetzt... Eine Bonusrunde? Genau, die Bonusrunde des... ...Verderbens! Verneigt euch vor der überwältigenden Macht meines... ...Monsters... ...Des Verderbens! Ihr haltet euch alle für so verdammt clever! Mal sehen, wie clever ihr reagiert, wenn ihr von meinen Raketen des... ...Wenn ihr von meinen Raketen getroffen seid! ...Groß! Ah! Oh! Hier! Oh! Ja! Wie bekommen wir den in den Griff? Mikey, Dogpound. Lock den Roboter unter Baxter. Ha, netter Versuch. Aber ihr wart ein bisschen zu langsam, Jungs. Juhu. Monster des Verderbens. Wir warten auf dich. Wef, Fischface, da! Bereit? Drei, zwei, eins! Nein! Hört auf, euch gegenseitig zu helfen! Wo ist Dexter? Ihr Idioten! Das war ganz sicher noch nicht das Ende von Dexter... Baxter Stockman! Nein, der Deer ist geplatzt. Du willst Krieg mit mir? Gut, meinetwegen. Macht euch bereit zu erfahren, warum man mich den Shredder nennt. Bigger Roboter. Ja! Ja! Das war's für heute. Das ist definitiv bekannt als nicht Geht in Deckung! Vater! Du hast Mut! Mal sehen, ob ich ihn dir austreiben kann! Ein Tessen! Wunderschön! Schlicht und bescheiden! Aber auch verdammt effektiv! In den richtigen Händen! Sehr gut! Schön, dass es dir gefallen hat! Und jetzt bin ich an der Reihe! Ja! 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 Was ist an dir so besonders? Diese Aliens sind hinter dir her! Du wirst von Mutanten beschützt und von einem Ninja-Großmeister ausgebildet! Wieso? Ich weiß es nicht! Ich falle in Mathe durch! Meine Freunde sind Mutanten und die Aliens haben einen Dead entführt! Und ich hab meine Mutter verloren! Was? Du hast deine Mutter verloren? Die Lösung ist, einen Feind aus der Fassung zu bringen! Nicht übel für eine Anfängerin, oder? Jetzt wird losmutiert! Das wird sowas von der Hammer! Das brennt! Ich hab' nicht gedacht, dass es vorbrennt! Aber man, das brennt total! Das ist passiert! Sein Wunsch wird gerade wahr! Und damit haben wir ein Problem mehr! Der Typ wird ja immer ekliger! Heilige Makrele! Und er pumpt sich noch weiter auf! Sorg dafür, dass diese Freaks nicht entkommen! Und ich jag inzwischen den ganzen Laden hier in die Luft! Oh oh! Die ganze Bude hier ist mit Plastik-Sprengstoff gespickt! Hier! Schnell! Schieß sie ein! Wir sitzen in der Falle! Wir müssen hier raus! Sofort! Und was wird aus ihm? Oh! 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 Der frisst unsere Waffen auch! Und uns bestimmt auch gleich! Pulverizer! Pulverizer! Er kennt uns aber nicht! Pulverizer! Pulverizer! Hey! Hör zu! Timothy! Timothy! Ganz genau, Timothy. Wir sind's. Die Turtles. Wir müssen hier sofort raus. Beilt euch. Aber nicht ohne Timothy. Und wie sollen wir diesen Schleimklops von hier wegschaffen? Ich hab eine Idee. Raph, hol den Schattenpanzer. Mikey, du lockst Timothy zu dir. Wir haben nicht mal mehr eine Minute. Timothy! Hey, Timothy! Hier! Mikey, lock ihn hierher! Leo, mach dich bereit zu springen! Jetzt! Raph! Raph! Denkt ihr, dass Timothy sich darüber freut, was aus ihm geworden ist? Ich glaub irgendwie schon. Er wollte immer ein Mutant sein. Und sein Wunsch hat sich erfüllt. Donnie, du darfst ihn hier behalten. Aber nur, wenn du ihn in deinem Labor unterbringst, damit ich ihn nicht ansehen muss. Ich werde es nicht schaffen. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Mach keinen Stress, Alter. Du bist fast fertig. Mikey, du musst mir helfen. Wenn ich mich verwandle, dann schlag mich bewusst los und entwickle den Antikörper allein zu Ende. Aber Donnie... Versprich's mir einfach! Versprich's mir einfach! Es hängt alles von dir ab. Okay, okay, aber wie mach ich das? Ich bin noch nie der wissenschaftlerische Typ gewesen, falls das neu für dich ist. Zuerst muss die Hybrid-Doma-Kultur zehn Minuten lang inkubieren. Und dann wird sie da fünf Minuten lang zentrifugiert. Mir läuft die Zeit weg. Ich hab mich... Ich hab mich noch nie so schlecht gefühlt. Oh nein! Nein! Damit bin ich verloren! Das bekomm ich doch nie hin! Mann, oh Mann, was hat doch nie mir gesagt! Es muss mir wieder einfallen! Ich fühle mich irgendwie... Was ist mit Michelangelo? Er ist keine Bedrohung mehr für das Ei. Michelangelo, bist du hier, um uns zu helfen? Ja! Endlich hab ich begriffen, was an diesem Ei so verdammt abgefahren ist, Leute! Seht, da kommt sie! Sie ist... Ja, so wunderschön! Was hast du getan? Ich hab grad verhindert, dass ihr alle zu Schildkröten-Suppe werdet! Donatello! Du hast gesagt, Mikey wäre jetzt einer von uns! Du hast ihn doch angeblich verwandelt! Das habe ich! Hast du, Donny? Hast du das wirklich? Äh... Ja, du hast. Aber... Nachdem du mich gebissen hattest, wurde mir total schwindelig und ich bin bestimmt 19 Mal ohnmächtig geworden. Aber dazwischen habe ich mich an alles erinnert, was du mir gesagt hast! Kein Shrek Trikotrispah Heiz, Heiz, Please! Kein Shrek Trikotrispah Du hast wirklich den Antikörper zu Ende entwickelt und uns dann weisgemacht, du wärst so drauf wie wir drei? Yep. Aber das ist clever. Ja, ganz genau. Nenn mich einfach Dr. Einstein. Kinnstein. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Wie wär's mit ganz viel Hilfe? Kein guter Moment, um deine E-Mails zu checken. Die haben den Molkinator ja wohl kaum weggesperrt, weil er ihr Freund gewesen ist. Offenbar verschrottet er gerne Crank. Wer tut das nicht? Ja! Nein! Wir müssen sofort die Steuerung aktivieren. Na dann. Raph, ich kann das. Ach, tatsächlich. 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 Das war ganz schön knapp. Teilen wir uns auf. Donnie, du schaffst Mr. O'Neill hier raus. Ah! Nein! Nein! Ah! Ah! Oh, ja, ja! Oh, ja, 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 ja! Hm, interessant. Ich frage mich, warum du ein Geräusch hören kannst, das ich nicht höre. Vielleicht wollen die Krang mich ja deshalb haben. April! Dad? Dad! Oh, Dad, ich glaub's einfach nicht. Ihr habt meinen Dad gerettet. Ich bin euch unendlich dankbar. Der Junge, dem du wirklich dankbar sein solltest, ist Donnie. Na ja, ich... Ganz ehrlich? Er war der Hammer. Er war so. Raph, ich denke, das ist ein wenig... Die sagten ihm dauernd. Lieber nicht, Donnie. Das ist zu gefährlich. Woraufhin Donnie sagte, gefährlich? Ha, mich wird nichts aufhalten. Danke, ich danke dir, Raphael. Das hab ich zwar nicht wirklich ganz exakt so gesagt, aber... Ich danke dir, Donnie. Hast du irgendeine Ahnung, was du getan hast? Ja, ich habe dir deine Familie weggenommen. Und jetzt kann ich dir ein Ende bereiten. Ein für allemal. Was? Eine Ratte. Wie ich sehe, bist du so abschlossend wie diese Turtles, die dich umgeben. Wie passend. Eine Ratte, die in meine Falle getappt ist. Ich rate dir, sieh dir mein Gesicht ganz genau an. Es wird das Letzte sein, was du auf dieser Welt siehst! Komm schon! Komm schon! Dem Ding geht langsam der Saft aus! Äh, Jungs! Da! Das Portal! Was auch immer durchs Portal kommt, es wird bald hier sein! Wäre ein guter Moment, um das Kraftfeld abzuschalten, Donnie! Ich arbeite dran! Ach! 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 Ah! Ich hab ganz vergessen, was er so drauf hat. Doch, nicht gut. Jungs, das Kraftfeld ist aus. Ja, ich bin der Größte. Oder auch nicht. Ach, du heiliges fliegendes Riesenraumschiff. Leo, Feuer, endlich das Laserdingsbums ab! Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby! Ja, sag gute Nacht, Craig! Was ist mit dem Teil? Ich glaub, die Batterien sind tot. Und das werden wir auch bald sein, wenn uns nicht sofort was Gutes einfällt. Was ist Plan C, Leo? Donnie, was passiert, wenn ich die Energiezelle beschädige? Dann fliegt der ganze Laden hier in die Luft, zusammen mit uns! Geh! Warte, Leo, du denkst doch nicht etwa an das, woran ich denke! Doch, das tut er! Ja! Ich hab dich! Hier zeig ich's, Schwerkraft. Danke, Brav. Keine Ursache, Kumpel. Ich kann's einfach kaum glauben. Wir haben die Welt gerettet. Ganz genau. Und es ist ja wohl überhaupt nicht schwer gewesen. Ich habe die Welt gerettet. Mua? Vater! Karai, dieser Ratte da ist. Hamato Yoshi. Mua! Mein Name ist Karai. Vater hat mir erzählt, was du meiner Mutter angetan hast. Und jetzt wirst du mir dafür büßen müssen. Nein! Wieso kämpfst du nicht? Du Feigling! Und jetzt wirst du den Weg holen. Wieso? Du Feigling! Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Ich bin mir da. Leo, ich hab da mal ne Frage Kann die nicht warten? Nicht wirklich, haben wir dieses große Grindingsbums erledigt? Ja, Mikey, wir haben's erledigt Okay, und wieso verfolgt es uns dann? Jungs, da vorne ist doch eine letzte Rettungskapsel Lass sofort meinen Bruder entfrieden Beeilung, Mikey Vor mir gibt es für euch kein Entrönen Ihr Mutanten Leo, Leo Auf euch alle, wartet hier nur der Tod Wenn die Welt auf dem Spiel steht Ist das einzige, was wichtig ist, die Erfüllung eurer Mission Ganz egal, was du dafür opfern musst Oder wen Leo Nein, verschwindet hier sofort Was soll das bedeuten? Alter, das kann nicht dein Ernst sein Haut ab Los, ich kann ihn nicht mehr viel länger aufhalten Leo, wir müssen sofort los Leonardo Leonardo Einfach unglaublich Wir haben's geschafft Leo Leo Nein Nein Ich kann nicht glauben, dass er fort ist Leo Und ich hab ihm immer bloß Ärger gemacht Wenn ich eine zweite Chance hätte Dann wär ich definitiv netter Wirklich? Wirklich Leo? Leo! Leo! Leo, du Idiot Du hast uns zu Tode erschreckt Töffleitel ist auf Patrouille Seine Fliegenaugen erspälen jedes Verbrechen Sag gefälligst dich immer nach allem, was du sagst Das könnte ich machen Werde ich aber wahrscheinlich nicht Wow, Alter, so nett zu Insekten Donnie, irgendein Zeichen von Kirby? Noch nicht Raf schwenkt Mikey noch ein bisschen mehr rum Das muss wie ein Fliegenflug aussehen Haha, kein Problem Kirby auf 4 Uhr Er fliegt direkt auf Mikey zu Hol ihn rauf, hol ihn rauf Er kommt gleich wieder zurück Wow, Sturmflug Zeit für Töffleitel sein Ein Erzbein fertig zu machen Kirby Bad Zack Du gibst Mr. O'Neill sicher keinen Monsternamen, klar? Wuhu Mr. O'Neill, Kirby Wir wollen ihm nichts tun Wir wollen ihm nur helfen Jungs, hier drüben Haltet euch an den Plan Es gibt einen Plan? Die Lagerhalle Wir sperren ihn da ein Donnie Ich bin hier oben Auf dem Dachvorsprung April, halte durch Wir sind gleich bei der Lagerhalle Die Lagerhalle Sorry, Kirby Ist nur vorübergehend Wir haben's geschafft, Donnie Kirby Bad sitzt im Käfig Heike Dad Daddy All unsere Manöver sind nutzlos Die kennen jeden Move, den ich beherrsche Jede Angriffstaktik, jeden Trick und geben Ich glaub, ich hab ne Idee Erinnert ihr euch noch ans Schloss erobern? Ja, klar Und was bringt uns das jetzt? Oh, jetzt weiß ich, was du meinst Wir müssen unberechenbar werden Jeder macht sein Ding Das habt ihr nicht kaum sehen, oder? Und Ausgedrückt So gern hab ich noch nie ne Anweisung von dir befolgt Und ich hab euch noch nie so gerne Anweisung gegeben Du solltest lieber gleich aufgeben Je mehr du gegen die Footbots kämpfst, desto mehr passen sie sich an Deine Roboter kennen vielleicht meine Moves, aber du nicht Zu nah Kein Ninja wirft jemals seine Waffe weg Genau darum geht's ja Du wirst nicht gewinnen Das war's Das war's Shredder hat dich belogen Splinter würde nie einem Unschuldigen wehtun Aber wenn du dich an mir rächen willst Dann halt dich von meinen Brüdern fern Und von meinem Sensei Hast du das verstanden? Bitte glaube mir, Karai Ähm, Leo? Die Roboter kennen jetzt all unsere Moves Unsere Verrücktheit ist irgendwie normal geworden Und ich hasse es Okay, Mikey, ich will's doch wissen Wie erledigt der einzige Überlebende die Aliens? Das war echt total abgefahren Der Typ hat die Aliens in eine Luftschleuse gelockt Und dann hat er... Puh! Hat er uns gerade im Stich gelassen? Ich denke, er hat einen Plan Wuhu! Glucambien! Wollt ihr auch was haben? Mikey hat echt einen Plan Kommt und holt es euch Booyakasha Ich hab dich! Wir alle haben dich Aus dem Klärgrubenbereich dürften die nicht mehr rauskommen Wenigstens bis mir was einfällt, mit dem ich sie zurückverwandeln kann Ich bin froh, dass du nicht runtergespült wurdest Da geht's dir wie mir, Bro Keine Anzeichen von gruseligen Organmonstern Laufen eigentlich alle deine Nachhilfestunden so ab? Ach Casey, wenn du wüsstest Kannst du mir was über deinen irren Metallfächer erzählen? Date? Sei nicht immer so vorschnell, Casey Jones April! Ich komme! Wo willst du denn hin, mein Hübscher? Zu Aprils Haus? Er darf nicht aus der Gasse Ich will nicht, dass Aprils Freund uns sieht Lass! Mutter gehend, Mann! Allein! Willst du morgen noch meine Nachhilfestunde? Ja, wieso nicht? Warte, bleib noch kurz Ich wusste es Das Feuerlöckchen will mir noch was sagen Ja, ähm Fahr lieber nicht auf der Hauptstraße Denn da gibt's Giftige Abgase Nimm doch lieber die Nebenstraße da drüben Lieber auch noch eine Abkürzung für dich Okay, ganz wie du willst, Onil Bis morgen! Ich wusste, das hat was mit denen zu tun Geh einfach schlafen, April Das ist nicht dein Problem Böse Hand Tut ihm nicht weh Und haltet ihn von der Straße fern Gar nicht so einfach Wenn der mit seinen Fentensäurehänden nach mir schlägt Booyakusha! April gehört mir! Nicht, wenn ich es verhindern kann Yeah! Ich vernichte euch alle! Donnie, wir haben keine Wahl Was auch immer der Pulverizer Also Timothy War Ist jetzt tot Aber wenn wir ihn vernichten Dann finde ich vielleicht nie ein Retromotor-Gain Was ist denn mit April's Dad? Und was ist mit April? Lenken wir ihn erstmal ab Besondere Tarnung und Irreführung Ich hoffe, das klappt Ich bin hier im Untergehen, Mann! Nein, hier drüben bin ich Hey, Timothy! Mutter gehen! So ist es gut Sei ein braver Mutant Ja, komm ruhig näher ran Mehr Mutter gehen! Nein, trink das nicht, Timothy! Oh nein! Nicht schon wieder! Donnie, da stimmt was nicht! Tut mir echt leid, Timothy Wow, das war echt abgefahren, Donnie Und total wissenschaftlich Ja, total wissenschaftlich Keine Sorge, mein Freund Eines Tages finde ich ein Heilmittel Ist okay, Donnie Du hast getan, was du tun musstest Und jetzt lass uns nach Hause gehen Mir geht's gar nicht gut Vielleicht hätte ich diese Jalapeno-Cappuccino-Pizza gestern Nacht nicht essen sollen Was zupf! Ich bin ein Mutant! Äh, das wird ihm erst jetzt klar Jungs, seht mich an! Ich bin mit Tortelfickeln übersät! Ist ja ekelhaft! Eine ziemlich üble Kröten-Akne Du siehst aus wie eine Gewürzgurke im Glas Keine Sorge, Mikey Sowas passiert nun mal, wenn man ein Teenager ist Hast du schon mal sowas gehabt? Natürlich nicht! Augenblick, Jungs Das ist womöglich was Ernstes Okay, Mikey Die gute Nachricht ist Deine sogenannten Pickel werden dir nicht wehtun Und was noch viel wichtiger ist Du kannst uns damit auch weiterhin Frühstück machen Na, da freue ich mich aber Doch die schlechte Nachricht ist Sie werden sich weiterhin über deinen Körper ausbreiten Ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten und ausbreiten Und in ein paar Stunden verschwinden die Pickel wieder, richtig? Nein In ein paar Stunden mutiert dein gesamter Körper zu einem einzigen, riesigen, gewaltigen, gigantischen Pickel Pickel, 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 Pickel Wow Das Teil ist echt abgefahren Also auf eine ganz fiese Weise Ähm, Jungs Der gigantisch fiese Robo-Ninja hat sich fertig aufgeladen Dann soll er sich mal vor mir in Acht nehmen Mikey Lass mich los! Unser Programm übernimmt Kontrolle Zielobjekt April O'Neill lokalisiert Er hat's auf April abgesehen, kommt mit! Sowas wollte ich schon immer haben Lass gefälligst April in Frieden Footbots, kümmert euch um den Turtle Das geht bloß uns Mädels was an Ich bin dir weit überlegen Ich hab viel mehr trainiert als du Du redest zu viel Du wirst dir nicht wehtun! Ähm, Donny? Was hältst du von einem Rückzug? Gefällt euch mein neues Spielzeug? Roboter! Eliminiere das Mädchen! Aaaaaaahhh! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Programm geändert! April O'Neill nicht eliminieren! Gefangen nehmen für Crank! Was? Aaaaaah! 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 Bedrohung erkannt! Bedrohung eliminieren! Alles okay? Zum ersten Mal freue ich mich darüber, dass die Crank mich entführen wollen Sollten da draußen sein und das Verbrechen bekämpfen oder Muttergehen aufspüren Aber die wollen hier unten einfach bloß blöde Spiele spielen! Du verstehst nicht doch, oder Spike? Manchmal wäre ich lieber allein unterwegs und würde alles auf meine Weise regeln Ich habe keine Lust mehr auf dieses Team Äh, Alter! Bist du immer noch sauer? Was willst du, Mikey? Meister Splinter will, dass wir beim Aufräumen helfen Niemals! Keine Chance! Donnie kann seine Explosion selbst aufräumen! Hey! Wenn du dem Sensei eine Abfuhr erzeilen willst, dann sag ihm das gefälligst selbst, Mann! Einverstanden! Kein Problem! Sensei! Ich finde das total unfair! Donnie hat das allein angerichtet! Wieso muss ich helfen? Lass mich dir einen Vorschlag machen, Raphael! Was denn für ein Vorschlag, Sensei? Ich habe genug von euren Vorschlägen! Eure Vorschläge haben mich nie wirklich umgehauen! Leg dich einfach hin und meditiere eine Weile! Oh! Es trifft immer mich, oder? Ich habe die falsche Einstellung! Ich bin der Bösewicht! Die kapieren es einfach nicht! Das haben sie noch nie! Was?! Sie haben dich nie verstanden! Nicht so wie ich! Hey! Was? Das darf doch nicht wahr sein! Spike?! Ich fühl mich echt mies! Es ist meine Schuld, dass Raph wütend ist! Es liegt nicht an dir, Donnie, und wenn doch, dann bloß ein bisschen! Aber Raph muss seinen krankhaften Jähzorn in den Griff bekommen! Vielleicht sollte er auf koffeinfreie Pizza umsteigen! Wow! Der Mutagen-Detektor hat eben einen neuen Behälter erfasst! Hier ganz in der Nähe! Dann nichts wie los! Ich hole Raph! Besser du als ich! Ich kann kaum glauben, dass das wirklich passiert! Das ist echt abgefahren! Warte! Wie verkaufe ich das den anderen? Sag ihnen, du spielst in einem neuen Team! Mit jemandem, der weiß, was es heißt, ein wahrer Krieger zu sein! Was denn für ein neues Team? Nur wir beide! Ohne die Witzbräude, die angeblich sowas wie Brüder von dir sind! Wir beide sind das ultimative Ninja-Team! Das hört sich für mich echt super an! Wir zerquetschen unsere Feinde! Wir bekämpfen gemeinsam alles Böse! Und zwar rund um die Uhr! Genau so habe ich mir das vorgestellt! Du kapierst, wie ich ticke! Das hast du schon immer getan! Hey, Raph! Verdammt! Bleib da und sei leise! Ja? Wir müssen auf eine Mutagen-Mission, bei der wir dich brauchen! Alles klar! Ich komme sofort nach! Fang schon mal ohne mich an! Machen wir! Wir werden nicht auf dich warten! Du brauchst sie nicht, Raphael! Wir finden das Mutagen ganz bestimmt auch ohne sie! Du hast recht! Doch um das hinzubekommen, rüsten wir dich erstmal auf! Such dir was aus! Wow! Du siehst echt super aus, Spike! Ha! Der Name Spike hat mir nie gefallen! Nenn mich... Slash! Damit Raph glücklich wird, müssen wir wohl etwas Ballast über Bord werfen! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha! Ha-ha! Hm! Ah! Ah! Oh-oh! Was zur Kröte ist das denn? Schlatsch! Schlatsch! Das ist sowas wie ein Schrott-Klon. Ein genetischer Fehler einer Art... April-Schrott! Mann, ist die wütend! Ihr kümmert euch um den Schrott. Ich rette April. Oh Mann, das wollte ich machen! Ah! April! Na toll, gerettet von Raph. Damit wird er mich ewig aufziehen. Sowas haben wir alle schon mal durchgemacht. Lasst mich los! Raph! Donnie, hast du die Datenbank schon gelöscht? Ich arbeite noch daran. Dann arbeite schneller! Die zerquetschen mir noch mein Gesicht! Raph! Raph! April, ab! Ja, geschafft! Ich hab sogar alle Datenbanken gelöscht. Ja! 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 Behehre dich nicht! Die, die April O'Neil genannt wird, wird bald ausgelöscht sein! Nein! 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 Ja! Auf Wiedersehen, April Schrott! Alles okay? Mein Gehirn läuft irgendwie heiß. Das macht sich ja gleich bumm. Abgesehen davon alles... April! Ich bin so froh, dass du lebst! Oh-oh! Schwingt eure Panzer raus! Wo wollt ihr denn hin, Jungs? Die Zeit drängt? Wollt ihr ohne mich los? Nichts wie weg hier! Kommt schon! Ich bin's, eure April! Ich bin's, eure April! Hey, wir sind doch Freunde! Fall nicht darauf rein! Nur ich bin die echte April! Nein, die bin ich! April! Nein! Nein, ich bin die echte April! Oh nein, ich! Ich bin die echte! Nein, ich bin ich! Wow, wer ist denn jetzt wer? Ich natürlich! Nein, ich bin die echte April! Nein, ich bin es! Es kann nur eine geben! Ich bin es! Ich bin es! Ah! 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 Ich glaube, das kann nur die echte April! Ah! 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 Schneller Mann! Wer fehlt dein Panzer? Ah! 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 Alles okay? Danke! Da ist er! Ah! 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 Danke, Raph. Jetzt sind wir quitt. Ich kann diesen Roboter ganz allein fertig machen. Er will auf die Straße. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Das war ganz schön eng. Du bist ein ziemlich guter Kämpfer, Jones. Ja, du bist untrainiert, unfokussiert, gefährlich und irre. Aber nicht übel. Danke. Du bist auch gar nicht so übel. Für ein Amphibie. Ja! Ich kämpfe dagegen. Ich bekämpfe meine Furcht. Verbreite dich, Brut. Das kannst du vergessen! Nähr euch! Nicht aufgeben, Leo! Nur nicht aufgeben! Ich bin froh, dich zu sehen! Was zum Kröterich passiert hier mit uns? Äh, alles okay? Ich mach dich fertig, du Kakerlake! Aua! Aua! Verzieh dich von mir! Nehm es! Von meinem Gehirnsaft schlabberst du nicht! Hör auf, mir zu folgen, Dad! Autsch! Lass mich in Ruhe! Ich will sowas nicht mehr hören! Was ist los, Freak? Hast du Angst? Vielleicht sollte ich dich von einem Elend erlösen! Rettet mich vor denen! Also vor den Ratten! Wir sind überall! Ich bin überall! Nja! PflöCH! Bansch! Klingel! Ach! Bansch! Ja! Ah! Ja! Ja! Bansch! Es ist deine Schuld. Du lässt uns total im Stich. So einer will uns anführen? Das war eine ganz miese Nummer. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab versagt. Ich bin ein Versager. Ich hab die Jungs im Stich gelassen. Ich hab sie im Stich gelassen. Ich, ich... Jeder Anführer hat Angst vor dem Verlust seines Teams. Nein. Nein, ich darf nicht aufgeben. Dein Gift wirkt bei mir nicht. Weil ich mich jeden Tag meiner Furcht stelle. Lass das! Davor fürchtest du dich also. Vor Sonnenlicht! Lass uns in Frieden sprießen! Ich werde dir sämtliche Flügel ausheißen! Und ich mach dich zum Laichhörnchen! Was zum Rev? Mikey? April? Was ist hier passiert? Hallo? Leute! Ihr habt überlebt! Ja, ich hab dich zwar auch lieb, Mikey. Aber wo ist Leo? Ich hab da so eine Vermutung. Kommt mit! Leo! Oh nein! Leo! Alter! Sprich zu mir, Bro! Soll ich dich Mund zu Mund beatmen? Auf keinen Fall! Vergiss es! Geht's euch allen so weit gut? Wir sind alle irgendwie von dir gerettet worden. Ja, wir alle. Danke, Mann. Hab ich gern gemacht. Jungs! Er kriegt Gesellschaft! Na, dann helfen wir ihm! Tony, warte! Tony, warte! Tony, warte! Krang, setze die Mutanten frei, die von Krang kontrolliert werden. Die, die Törtel sind, die ich frösche nenne, müssen vernichtet werden. Vernichtet! Gebt's nur mir so, oder ist Spider-Bytes jetzt wesentlich weniger Spider-Bytes und wesentlich mehr Krang? Ah! Ah! Vermichtet alle Mutanten! Und was tun wir jetzt, furchtloser Anführer? Ich bin offen für Vorschläge. Das Gerät, welches das Kontrollgerät ist, kontrolliert nicht länger. Kröscher, holt ihr mich endlich hier raus, oder muss ich wieder alles alleine machen? Metalhead! Versuch, ein Portal zu öffnen! Wir müssen hier raus! Richtig, wir alle, die Mutanten auch! Er hat's geschafft! Er hat das Portal geöffnet! Jetzt seid ihr fällig! Ihr wolltet mich gefangen halten! Jede Spinne kämpft nur für sich! Die Maschine, die das Portal geöffnet hat, muss das Portal schließen! Metalhead, du musst das Portal offen halten! Nichts wie weg hier! Ja! 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 Mr. O'Neill, fliegen Sie hier raus, bitte! Für April tun Sie's! Jetzt! Metalhead! Rückzug! Komm schon, du Blechbüchse! Beweck dich! Er muss das Portal für uns offen halten. Aber was wird dann aus ihm? Uns bleibt keine Wahl. Mann, das ist noch schön, oder? Acker! Ich habe es hier wieder rausgebracht, auch dann in der ersten Linke! Wenn ich beim 오� Squatzee war diese Linke! Oh nein! Ich habe es einen Daumenberg! Das ist nicht so! Ja, es geht bei mir! Ich habe es jetzt nicht so! Ich hab' es dich mit mir! Metalhead, oh nein. Alter, er hat uns gerettet. Ja, und nicht bloß uns. Du hattest recht, Donnie. Ich hätte dir vertrauen sollen. Ich hab ihn programmiert, intelligent zu sein, aber mir war nicht klar, wie sehr er sich weiterentwickelt hatte. Ganz ruhig, Mr. Ratte. Eiscreme-Kätzchen. Du bist meine Helde. Und du schmeckst so lecker. Ich glaub, das war's mit den Ratten. Aber was ist mit dem Sensei? Sehr gut. Verbeuge dich vor deinem Meister, Ratte. Du kannst nichts tun, was mich überraschen würde. Du denkst also, du würdest mich unter Kontrolle haben, ja? Ja. Oh, ist tot, Mann! Dafür wirst du bösen. Ich kann immer noch durch deine Augen sehen. Was? Auch wenn meine Augen bedeckt sind, Kontrolle ist bloß eine Illusion. Wo bist du? Sie macht dich blinder, als die Unfähigkeit, etwas zu sehen. Sie kann... Dein endgültiges Ende bedeuten. Auf nimmerwiedersehen, mein König. Dafür wirst du bösen müssen, Nageltier. Jetzt bist du vollkommen wehrlos. Ein Ninja ist niemals vollkommen wehrlos. Zeigt es ihm, Sensei! Zieht diesen Kätzchen das Fell über die Ohren! So leicht bringst du mich nicht aus dem Gleichgewicht! Und jetzt werden wir sehen, ob eine Katze immer auf ihren Pfoten landet. Jetzt! Du hast verloren, Ratte! Miwa! Karai! Karai, tu das nicht! Splinter... Er ist dein Vater! Dein richtiger Vater! Du lügst doch! Um ihn zu retten, würdest du alles behaupten! Nein! Ich schwöre dir, unser Meister ist dein Vater! Hamato Yoshi! Entweder du schweigst ab jetzt! Oder ich bring dich zum Schweigen! Sensei! Sensei! Leonardo, geh jetzt! So schnell sieht man sich wieder! Lass mich los! Ich wusste, du wirst bei uns auftauchen, Leo! Wo sind die anderen Turtles? Die sind nicht bei ihm, Meister Shredder. Er ist allein. Ich rieche keinen der anderen. Pass gut auf, Turtles! Denn es wird der letzte Kampf sein, den du jemals siehst. Und er wird mit der Vernichtung deines Meisters enden. Hamato Yoshi! Ihr kriegt das hin, Sensei! Sensei! Kämpf weiter! Jämmerlich! Ich werde dich von deinem Leid erlösen. Wir retten euch, Meister Splinter! Oh yeah! Wir sind echt ein Knaller, stimmt? Wir retten euch, Meister Splinter! Er greift sie! Oh nein! Meister Splinter! Ihr dürft sie nicht entkommen lassen! Hinterher! Die Zeit ist reif, um das hier zu beenden. Sensei! Seid ihr bereit, meine Söhne? Ja! Nehmt das, ihr Alien Freaks! Spannet das, Kuhel! Krang registriert minderwertige Waffe! Oh je, was zum... Okay, hier geht's wirklich Schlag auf Schlag! Krang, lass einen weiteren Cressetrogon frei! Ich will dich nicht weiterbekämpfen, ich bin nie dein Feind gewesen! Krang! Krang! Nein! Du wirst nirgendwo hingehen! In Deckung! Ah! Gerade fällt mir was ein. Etwas, das Kurtzman gesagt hat. Ah! 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 Na los, komm schon, Jones! Ah! Ah! Hier! Bewegt dich, Mädel! Ah! Das war sehr gut, wollte ja so! Ah! Wir lenken den Krang ab! Und du machst dein Ding, Donnie! Einfach unfassbar! Ah! Ah! Auf zur Oberfläche, Wobi! Jetzt gehörst du mir ganz allein, Yoshi-san! Ah! Wer wagt es? Ah! Ja! Ah! 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 Gar nicht so übel! Ich muss die Polarität umkehren. Mist, warum funktioniert das nicht? Ha, ich hab's geschafft! Ich bin der Größte! Ich bin der Größte! Ich bin der Größte! Du hast es geschafft, Donny! Du hast die Stadt gerettet! Ja, und ich nehm alles zurück, was ich jemals über dich gesagt hab, Donny. Du bist der Größte! Es gibt Wichtiges zu verkünden! Wir haben in die Zukunft gesehen und die Zukunft ist LARP! LARP! Live-Action-Roleplay! Wir verkleiden uns wie unsere Helden und spielen Labyrinth der Mutanten in der Kanalisation nach! Cool! Das klingt ja super! Nein, das klingt super dämlich! Ich verzichte! Ach komm schon, Raph! Wenn du mitspielst, überlasse ich dir meinen Plus-Eins-Ring der Kraft verschafft! Oh wirklich? Im Ernst? Das wäre wohl das Größte, Mikey! Vergiss es! Ich stehe so gar nicht auf Ringe! Dann steht's ja wohl 3 zu 1 für das LARP! Aber für so'n LARP brauchen wir auch Kostüme! Leo, der Ritter! Donny, der Zauberer! Mikey, der Elfendieb! Danke für den Applaus! Raph, der Zwergenbarbar! Psst! Du solltest lieber auf den Knien gehen, damit du wie ein echter Zwergenbarbar aussiehst! Na komm schon, Alter! Zeit für die Zeitlupe-Neinstellung! Ich hab alles so vorbereitet, dass wir's hier in den Tunneln spielen können! Wer die meisten Rätsel löst und den Drachen besiegt, gewinnt! Ein todbringender Baum-Troll! Der muss sofort bei uns erledigt werden! Gut gemacht, meine Gefährten! Der Troll ist besiegt worden! Oh yeah! Aha! Aha! So machen wir das klar! Hey, hier liegt ein Hinweis! Bald wird nebliger Dunst aufziehen, löst die Rätsel, um dem Labyrinth zu entfliehen! Dieser Hinweis stammt gar nicht von mir! Der Dunst! So wie vom Gummibaum-Troll prophezeit! Das stinkt fürchterlich! Hast du wieder heimlich Spargel gegessen, Mikey? Wow, Leo! Das hast du hier echt richtig toll gemacht! Das hier stammt nicht von mir! Ein Kerker? Ähm, willst du behaupten, dass der genauso wenig von dir stammt? Leo will nur nicht damit angeben, doch er hat das hier total super gemacht! Das fühlt sich alles so total echt an! Was war das denn? Und was war das? Kommt, hier dann! Ja! 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 Leo, ich bewundere die Arbeit, die du in die Spielvorbereitung gesteckt hast! Das ist handwerklich wirklich ganz fabelhaft gemacht! Echt vorbildlich! Aber, ähm... Was ist hier eigentlich los?! Das weiß ich doch auch nicht! Vielleicht sind wir ja wirklich irgendwo im Mittelalter angekommen! Jungs! Ich will nicht irgendwo in den 80ern stecken bleiben! Baxter Stockman! Ich hab dir den Befehl gegeben, eine Mutantenarmee zu schaffen! Und du lieferst mir das hier! Geh! Nein, nein, sie verstehen das nicht! Sie kann schwimmen, fliegen und sie kann Taekwondo! Sie hat dreifach Kräfte! Und sie kann quacken! Tatsächlich, Stinkman! Du lieferst nie wieder so'n Mist ab! Mist ab?! Aber, sieh dich doch mal an, Raza! Du bist jetzt ein viel stärkerer Hund, äh, Mann, als zuvor! Nein! Redford! Ich habe eine angemessenere Strafe im Sinn! Du hast mich zu oft enttäuscht, Baxter! Nein! Ich meine... Bitte, Meister Schredder! Ich plane was Neues! Etwas Gewaltiges! Mutanten-Schweine! Und Nashörner- Was tun sie da? Nein! Das Mutterkin! Das geht nicht! Als Mutant nütze ich ihnen doch gar nichts! Bitte, tun sie das nicht! Ich mache keine leeren Drohungen! Gleich bist du ein noch größerer Freak als ich, Stinkman! Leere Drohungen sind doch völlig in Ordnung! Gah...? Gah...? Gah...! Gah! 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 Ah! Gah! 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 Ja! Oh, danke, 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 danke. Was bin ich noch? Ich bin gar nichts mehr, nur ein Freak. Ich werde als Wiss-Schockler nie wieder ernst genommen. Moment, Augenblick mal. Ja, ja, Stockmann-DNA. Kombiniert mit reiner, unveränderter menschlicher DNA. Ich könnte wieder normal werden. Besser als normal. Doppelt so gut, wie ich als Stockmann war. Stinkmann! Wo bist du? Ich will sehen, was du dich verwandelt hast. Komm her! Hast du Angst, dich zu zeigen, Stinkmann? Viel hässlicher konntest du ja nicht mehr werden. Zeig dich mir, du Mutant! Krang-Walker wurde von dem Alien-Molten entführt. Wegzug! Wegzug! Spike! Du... ...du hast mich eben gerettet, Raphael. Ich vernichte euch alle! Was soll das? Sie haben uns doch geholfen! Das hier ist meine Schlacht. Ich will sie nicht dabei haben. Slash! Wie kannst du es nur wagen, mein Bruder? Wir sind nie wirklich Brüder gewesen. Ich hab dich, Bruder. Oh! Echt? Ich hab dich, Bruder. Raka, raka, raka! Raka, 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 raka! Kungala! Kasey, du bist zurück? Ich hab nur gewartet, bis ihr ein Riesenproblem habt, um dann meinen Heldenauftritt zu kriegen. Ziemlich cool, was? Ja! 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 Ich hab dich! Der Moltenator ist Geschichte, Mann! Danke, Spike. Ich meine, Slash. Du weißt ja, im Team ist immer noch ein Platz für dich frei. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, Raphael. Denn ich bin allein irgendwie besser dran. Auf Wiedersehen, Bruder. Wir werden uns alle wiedersehen. Irgendwann. Lass April in Frieden! Leo, Donny, wartet! Ich glaube, Karai hat euch was Wichtiges mitzuteilen. Ich glaube dir, Leonardo. Ich glaube, dass Splinter mein richtiger Vater ist. Und ich glaube ihr, dass sie dir inzwischen echt glaubt. Und ich glaube im Zweifel, April. Das... Das ist großartig! Ich wusste, du kommst zur Vernunft. Wir bringen dich ins Hauptquartier. Zu unserem Meister Splinter. Puh, das wird Raph bestimmt nicht gefallen. Das gefällt mir überhaupt nicht! Seid ihr jetzt völlig wahnsinnig geworden? Casey! In was für einer Welt lebst du, in der es okay ist, die fiese Prinzessin vom Foot-Clan in unser geheimes Hauptquartier zu führen? Was ist mit Casey passiert? Tiger-Clan hat ihn von einem Hochhaus geworfen. Und ihr bringt Tiger-Clan's Komplizen mal eben so mit zu uns nach Hause? Ich wurde von Schwäder belogen. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich ahne, dass ich dir gleich einen von meinen Säusen... Raph, nein! Sie hat das jetzt endlich verstanden. Sie hat's geschnallt. Sie kennt die Wahrheit, Raph. Alles wird gut. Hörst du uns überhaupt zu? Ich hab genug von dir und deiner Freundin gehört. Die führt bestimmt Schradder gerade direkt zu uns! Hört auf! Mejuba. Splinter. Komm mit mir mit. Ich habe sehr wenig von meinem alten Leben behalten. Aber dies werde ich niemals loslassen. Meine Tochter. Ich... Ich kann es kaum glauben. Du sagst die Wahrheit. Schradder hat mir all die Jahre tatsächlich etwas vorgemacht. Warte. Du kannst es kaum glauben? Du hast doch gesagt, du glaubst es inzwischen. Wenn du es aber erst ab jetzt glaubst, wieso bist du dann bei uns? Vater. Was habe ich getan? Zwiebeln, Knoblauch, Mozzarella auch. Alles landet bald in meinem Bauch. Oh, jam, 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 jam. Menschen schmecken gut in der Kalzone, das ist wahr. Hey! Eine Pizza, die uns alle essen will? Gott, ist mein schlimmster Albtrauber geworden. Ja. Ja, bringt noch mehr treue Kundschaft zu mir. Wir haben hier genug Platz für alle. Schafft sie alle in unsere Kalzones hinein. Sie werden eine schmackhafte Füllung für das große Festmahl heute Abend sein. Und was sollen wir mit den Grünen machen, großer Meister? Hahaha, die haben eindeutig was von der geheimen Zutat gegostet. Deshalb mache ich sie hiermit zu meiner Elite-Mozzarella-Garde. Mua! Ha! Dein Spiel ist gelaufen, Pizza-Face! Pizza-Face? Hey, das gefällt mir, denn ich habe ja auch eine Pizza als Gesicht. Hahaha! Leg den um! Ah! 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 Jungs, kommt wieder zu euch! Ups, tut mir leid, Donny! Hä? 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 Da! Oh Mann, entschuldige, Leo. Ah! Ja! Ha! Da! Hahaha, bei dir tut's mir nicht leid, Raph. Ganz ruhig, Sensei. Ganz ruhig. Ah! Oh oh. Tja! Ah! Es gibt nur einen Weg, euch aufzuhalten. Ich muss euren Boss erledigen. Das kannst du total vergessen. Nein. Ah! Hahaha, das war's mit dir, Turtle. Möge das Fest mal beginnen. Oh ja, die sieht ja köstlich aus. Nein, er wird sie alle aufessen. Ich hab versagt. Ich komm hier bloß auf eine Art raus. Ich fresse mir den Weg in die Freiheit. Hau, komm, komm. Warte. Hey, Mamma Mia, was machst du denn? Tu das nicht! Bojeka-Scher! Bojeka-Scher! Oh, was für ein scharfes Fleischbällchen. Nein! 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 Bojeka! Nein, nein! Oh, bitte! Ich habe Kinder. Süße kleine Pizzaschnuten in Jersey. Lass meine Familie und all die anderen Opfer von dir gehen, denn sonst geht... Okay, okay, du gewinnst. Du gewinnst. Ich verhocke dir. Wo gehen die alle hin? Nach Hause. Und wenn sie aufwachen, werden sie sich an nichts mehr erinnern. Wuhu! Ich habe es geschafft! Habt ihr das gehört? Macht ruhig Witze über meinen eisernen Magen, von dem heute alle gerettet wurden. Mann, ich bin jetzt der Abgefahrenste von allen. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Warum spaziert die Fliege in das Spinnennetz? Weil alle Handlanger der Spinner gerade weg sind. Ah, du willst mir einen Tausch vorschlagen? Ja, den Helm gegen Karai. Einverstanden. Ich lasse sie gerade aus ihrem Kaker zu uns bringen. Sie haben sie erst großgezogen und sperren sie jetzt in eine Zelle? Wie können sie sowas tun? In jedem Konflikt gewinnt immer der, der zu dem bereit ist, was der Verlierer nie tun würde. Lass mich rein! Erst der Kurokabuto. Woher weiß ich, dass ihr mich nicht angreift, sobald ihr den Helm habt? Natürlich werde ich dich angreifen. Hast du gedacht, dass du hier ohne einen Kampf rauskommst? Wie jämmerlich! Aber was erwartet man von einem, dessen Sensei ein wildschwacher Feigling wie Splinter ist? Du hättest dich auf das hier nie alleine einlassen dürfen. Er ist nicht allein. Jungs! Wir wollen auch ein bisschen Spaß haben. Und keiner von uns will Splinter erklären, warum wir seine Tochter nicht retten wollten. Und jetzt wird dieser Shredder geschreddert! Ich will meinen Halb zurück! Sag im Sass! Habt ihr Narren wirklich geglaubt, ihr könntet mich besiegen? Nein, aber wir haben sie lange genug beschäftigt, um Karai zu befreien! Ihr werdet hier niemals lebend rauskommen! Das wage ich irgendwie zu bezweifeln! Was? Nein! Offenbar ist was rückvertauscht worden! Raph, Abmarsch nach Hause! Gleich! Ich bin noch nicht fertig! Ich schnapp mir Raph und ihr helft den anderen beiden! Crank! Raph, warum hörst du nie auf mich? Los, komm mit, kleiner Piep-Max! Jungs! Mann, das war wirklich ein verrückter Albtraum! Ich bekam den Verstand von einer, einer... Ich bin keine Taube! Ich bin keine Taube! Ich bin ein Mensch! Hat's Raph übel erwischt? Nein, der wacht bestimmt gleich wieder auf! Na los, mach auf, Kumpel! Das bringt überhaupt nichts, Mikey! Versuch irgendwas anderes! Okay, wie wecke ich ihn normalerweise auf? Ja, natürlich! Kitzel, Kitzel, Kitzel! Kille, 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 Kille! Wach auf, Alter! Ha, 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 ha! Yeah, Mann! Puh, gut dich wieder bei uns zu haben! Los, gib mir drei! Turtles? Hier? Wo ist der Aufenthaltsort von Crank, an dem sich dieser Crank aufhält? Du bist bei uns, Alter, in unserem Shell-Razer. Du hast dich eben voll wie ein Krang angehört. Das war als Kompliment gemein. Rav, was soll denn das? Was ist da hinten bei euch los? Turtles, Krang muss sie vernichten. Krang wird alle vernichten. Rav dreht durch. Sein Verstand wurde wohl mit dem, eines Krang vertauscht. Oh nein. Jungs, alles okay? Ich hatte eben voll den verrückten Traum. Rav war... Ein Krang. Das war kein Traum, Mikey. Er ist weg. Und wir haben keine Ahnung, wo unser Rav ist. Krang verlegt Krang auf Krankenstation für Vitamininfusion. Wo bin ich? Krang wurde beschädigt, Krang. Krang? Wen nennst du hier einen Krang? Oh, nein. Krang wurde beschädigt. Krang verhält sich merkwürdig. Nein, mir geht's gut. Ich fühl mich toll. Ich meinte, dieser Krang fühlt sich schon viel Krangiger. Muss Krang-Sachen erledigen. Also werd ich jetzt einfach mal los, Krang. Sie ist gut aus, Krang. Oh, Krang! Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Willkommen, mein alter Freund. Lass meine Tochter gehen. Du bist herzlich eingeladen, sie zu retten. Wenn du das kannst. Kämpf gegen mich, Ratte! Du bist herzlich eingeladen, sie zu retten. Oh, danke. Ha! Leonardo! Da! Miba! Karai! Nein! Karai! Me? Miwa! Mein Kind. Oh nein, mein Labor! Du, Hamato Yoshi, du bist dafür verantwortlich! Nein! Meister Shredder, wir müssen weg! Lass mich in Frieden! Splinter wird an dem, was heute passiert ist, zerbrechen. Sie haben gewonnen! Gewonnen? Ich werde dich rächen, meine Tochter. Wir müssen hier raus! Aber nicht ohne Karai! Karai, du musst auf mich hören! Wir müssen hier raus! Tochter! Bitte! Varte! Warte! Das wird schon wieder. Aua! Das reicht! Ich kann ja schon wieder sehen! Das ist alles bloß meine Schuld. Ich hätte sie aufhalten müssen. Es tut mir leid, Sensei. Sensei? Wir sollten nach Hause gehen, meine Söhne. Du bekommst doch bestimmt ein Retro-Muttergen für Karai hin, oder? Das weiß ich nicht, Mikey. Aber ich hoffe es. Das gefällt mir hier irgendwie gar nicht. Also mir gefallen zumindest die Hüte. Die sind echt abgefahren. Das sind doch bloß lausige Purple Dragons. Die sind keine Gefahr für uns. Kungala! Okay, die sind ein bisschen gefährlicher, als ich dachte. Freu! Jetzt holen wir April und ihre Freunde. Ah, wie nett. Tapfere Schildkröten. Es heißt, die große Schildkröte half dem Gott Pangu, die Welt zu erschaffen. Ha! Und diese Schildkröten werden Ho-Chan helfen, über die Welt zu herrschen. Aber Meister, wieso die und nichts? Wir! Weil ihr Versager seid! Geht mir aus den Augen, sonst picke ich euch in den ewigen Abgrund für Schwachköpfe! Jungs? Deine Jungs sind jetzt meine Jungs. Ich bin dann mal kurz weg, ja? Lass uns abhorn, Donny! Schnell! Lass mir auch nicht ansteuern! Bist du ansteig? Schaff recht! Ah! Mann, langsam kann ich verstehen, warum die Krang bei uns einfallen. Ihre Dimension ist ätzend. Aber das da drüben sieht verdammt niedlich aus. Miep! Miep! Leo! Haben wir nicht gerade gelernt, dass man sich hier besser von niedlichem Fern hält? Mapp, Mapp! Miep, Miep! Mapp, Mapp! Ach, das ist doch bloß ein Winzling. Was soll der uns schon... Mapp, Mapp! Ach, das ist doch bloß ein Winzling. Ach, das ist doch... Mapp, Mapp! 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 Lass meine Brüder in Frieden! Heike? Schwör ab, Rocktopus! Es geht dir gut. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Ich habe monatelang auf euch gewartet. Monatelang? Vielleicht waren es auch bloß Stunden. Ich habe ja keine Uhr. Wir sind aber gerade mal 15 Sekunden nach dir durchs Portal gehüpft. Die Zeit vergeht hier offenbar viel schneller als in unserer eigenen Dimension. Es gibt ein temporales Differenzial. Ich liebe Tempura! Berl! Moment mal, wie hast du... Erst mal hauen wir hier ab, denn das Ding da wird immer wieder kommen. Und wir wollen ja noch Leatherhead retten. Oh, ich hole mir lieber noch ein paar Knallsteine. Heike, sei vorsichtig! Wie hast du das gemacht? Hier reagiert das meiste nur auf den richtigen Ton. Und was machen wir jetzt mit denen? Das hier. Wow! Woher wusstest du, wie die Käferdinger funktionieren? Für mich war das ganz offensichtlich. Mikey, du bist hier sowas wie ein Genie. Hey, in einer schrägen, verrückten Welt ist nun mal der schräge Verrückte der König. Die schmecken übrigens auch gut. So, und jetzt retten wir alle Leatherhead. Okay, ich hab sowohl ne gute, als auch sowas wie ne schlechte Nachricht. Dann sag erst mal die gute. Da sind ein paar tausend Crank-Druiden drin. Du solltest erst mal die gute sagen. Ich weiß. Und das ist die schlechte Nachricht. Ich regle das hier, und ihr... Tony, rechts, Rev, links, los! Oh, Mann! Hey, Trek! Granitor! Lasst ihn runter! Sofort! Ich sagte doch, ich regle das. Er ist so... Gar nicht Mikey-like? Ganz genau. Tja, tja! Nimm das! Und da! Und dann zieht euch! Kommt mit! Das sag ich doch sonst. Jetzt sitzt du in der Falle! Du miese kleine Ratte! Du wirst staunen, was eine Ratte der Falle fertig bringt! Ja! Krang wird euren Planeten regieren. Ihr und euresgleichen werdet vernichtet. Steh nicht wie ein Nahi herum, Yoshi. Finde deine Familie. Finde deine Familie. 47 verpasste Anrufe? Finde deine Familie. Zu selbstsicher und leichtsinnig. Geht kein Risiko bei ihm, ein Meister. Er sollte schnell vernichtet werden. Burgenschützen. Feuer! Oh nein. Wir sind jetzt bald bei Aprils Wohnung. Oder auch nicht. Ja! Endlich kehrt Krang Primus zur Erde zurück! Hast du vielleicht auch eine Kampftaktik dagegen? Äh... Nicht wirklich. Ehr nicht. Menschen der Erde! Die Qualmung Bildung eures Planeten wird endlich beginnen! Nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Du bist mein Sohn. Ich habe ihn mir genommen, so wie ich dir deine Tochter vor so vielen Jahren genommen habe. Ich hatte gerade einen schrecklichen Traum. Die Crank haben eine Invasion gestartet. Keine Sorge, Mr. O'Neil. Die Realität ist viel heftiger als ihr Albtraum. Wir müssen hier verschwinden. Crank Primus ist gerade auf dem Weg hierher. Rav! Oh, ich habe dich auch vermisst, kleiner Bruder. Casey! Ich hatte schon Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Keine Sorge, Feuerlöckchen. Ich bin ja jetzt hier. Ich unterbreche ja nur ungern. Aber Leo ist noch da draußen. Was? Ist eine lange Geschichte, Bro. Am Anfang wollte er... Leo! Leo! Er kann noch atmen. Alter, sein Panzer ist angeknackst. Kommt raus, Turtles! Wir wissen, dass ihr da drin seid. Was? Hier? Haa! Hier lang! Ah! 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 Haah! Los schnell, mir nach Was zum Teufel ist das? Das ist mein alter Partybus, der stammt aus meinen Hippie-Zeiten Groovy Gabi! Nicht schon wieder April, weg hier Gebt Gas, Jones Ich kriege euch alle Du bist müde Danken lässt nach Ich hingegen bin so stark wie nie zuvor Angetrieben von meinem Zorn und meiner Wut Wut als Antrieb verpufft viel zu schnell Immer eine Weisheit auf Lager Hä? Und welche Weisheit fällt dir dazu ein? Mein Freund, bist du verletzt? Hinter dir Whoa! Z Absich Wiesheit Ah! Oh! Was zur Kröte ist das? Das ist Ralf. Lange Geschichte. Schneid uns erst mal los. Ah! 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 Ah, toll! Feuer Grischer! Voll auf die Zwölf! Ah! 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 Schlepp dir die Ketten! Ah! 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 hab keine ahnung was ist mit ihm er sieht furchtbar aus was meinst du er sieht doch so aus wie immer ist es so besser mikey ja viel besser sogar für die beiden habe ich nicht genug platz auf dem wagen mama also wird der finger sie ausstopfen müssen hier und jetzt ich habe eine idee einfach mit hey finger deine mama ist verschrumpelt wie eine rosine was hat er über mich gesagt fingerchen deine mama hat so viele falten dass sie aussieht wie eine von diesen hunden die mit den vielen falten wie ein sharp hey nein deine mama ist deine mama ist nur ein schrumpfköpfchen wenn du das nicht zurück nimmst dann vernichtet ihr euch zwei so habe ich mir das vorgestellt der finger ist sehr fingerfertig wald tarnung wald tarnung der finger ist für euch unbesiegbar denn er ist viel zu stark für euch hey fingerchen wie viele sprengpfeile sind in deinem köcher überhaupt noch übrig 42 wenn der finger untergeht dann nimmt der bigfoot mit sich bigfoot bigfoot ist eine lady der finger würde nie einer lady wehtun der finger hat dich enttäuscht mama er hatte ja keine ahnung dass es sich bei bigfoot um eine lady handeln tut nicht weinen nicht weinen ist doch alles ok bigfoot kümmert sich um traurigen mann was zur hölle leo bruder alles ok mit dir ja ich denke schon was ist passiert mikey hatte recht aprils mom ist eine kreatur der krank was und wo ist sie jetzt hier die 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 Du kriegst mich nicht! Und das war's. Sie verschwindet heute Abend. Und wenn ich sie nicht begleite, dann ist sie für immer weg. Nur weil sie so viel Angst vor den Turtles hat. Das ist krass, Feuerlöckchen, aber ich könnte durchaus verstehen, wenn du sie begleiten würdest. Sie ist deine Mom. Es ist nur so, dass... April! Casey! Raph, was ist denn los? Es geht um deine Mutter. Sie ist nicht. Mikey hatte voll recht. Sie ist so eine Art Crank-Kreatur und hat den anderen irgendwas Schlimmes angetan. Nein. Nein, du irrst dich. Ach, komm schon, Raph. Nicht du auch noch. Sie ist nicht die, für die ihr sie haltet. April? April, deine Koffer sind noch immer nicht gepackt. Komm nicht näher! Was hast du mit meinen Brüdern gemacht? April, es wird Zeit. Bleib uns vom Leib, du Mom-Ding! Hör auf damit, Raph. Und zwar auf der Stelle. Es reicht. Mom, wir verschwinden hier. Sofort. Was ist denn los? Hör einfach auf deine Mutter. Was zum Kröte, Raph? Lass sie sofort los! Oh mein Gott! Ich glaube, mir wird irgendwie gerade schlecht. Nichts wie weg! Bereilt euch! Lauft schneller! Casey, komm schon! Viel los! Ah! Froschsoldaten, dieses Land wird schon bald wieder alleine uns gehören Das ist der Plan, wir warten bis die Armee weg ist, befreien unsere Freunde und halten dann die Invasion auf Perfekt Nicht ganz so perfekt Wie peinlich Genghis, los, zeig's ihm Jetzt geht's Froschauer Jungs, macht diese Kung-Kuh-Fresche fertig Get me, my Kooten, my tape Lass uns hier raus, Napoleon! Ich muss denen auf Ninja-Art den Hintern versohlen! Manchmal muss ein Frosch eben tun, was ein Frosch tun muss. Verrätst du mir bitte, was du vorhast, Napoleon? Ganz einfach, ich werde dir auf Ninja-Art den Hintern versohlen! Krasse Ninja-Moves, Napoleon! Die hab ich von dem zweitbesten Krieger gelernt, den ich kenne. Zunge weg, ihr Froschidioten! Geh wohl, du Verräter! Mikey! Was machst du denn da, Alter? Ich glaube, ich umarm dich gerade. Das ist echt schräg. Ja, lass uns das nie wieder machen. Oh nein, Feuer, Feuer! Unser Baum brennt. Wir müssen hier schleunigst weg. Napoleon hat recht. Lauf! Ja, kommt schon, Leute! Hier lang! Nein, flieht nicht, meine Frosche! Seid standhaft und kämpft gegen die Menschen und ihre Verbündeten! Tut mir echt leid, aber das muss jetzt sein, Kumpel! Na los, Feuerlöckchen! Lass uns hier so schnell wie möglich einen Abgang machen! Was? Ihr Menschen? Ihr habt mich wirklich gerettet? Es sind ja nicht alle Menschen böse. Und irgendwas sagt mir, dass auch nicht alle Mutantenfrösche böse sind, Attila. Das Graue, das Graue! Was? Wo sind wir hier? Puh, wir sind endlich wieder in der realen Welt! Das sieht für dich real aus? Mehr oder weniger. Abgesehen von diesen Kerlen da. Ich sehe hier was, was du nicht siehst. Und das ist grün! Halt die Klappe, Dave! Vermicht das hier! Aaaaaaah! Oh! Hehehe! Hei! He! Ja! Jetzt siehst du mich! Und jetzt nicht! Hehehe! Hehehe! So funktioniert das nicht! Halt still, Dave! Sonst kann ich dich nicht treffen! Ha! Ha! Ah! 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 Ye facia ha, ah! Ahah! Ah! Ah! Oh! Ah! Ga-to, ga-to! Ah! Du hast gesagt, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst noch mit ihnen tun soll. Sie haben so gut wie keinen Puls mehr. Wenn wir sie nicht wach bekommen, überstehen sie das nicht. Oh mein Gott. Ist dieser Fernseher etwa ein Astroview? Echt jetzt? Kein, oh mein Gott, riesige Schildkröten? Seht ihr sie etwa auch? Bernie, die Trombieber saugen Ihnen die Lebensenergie aus. Wie können wir sie wach bekommen? Gar nicht. Das Obturaculum verhindert, dass die Biber die Traumwelt verlassen. Und solange sie dort sind, sind ihre Traumkräfte unbesiegbar. Deswegen verzichte ich auf den Schlaf. Übrigens, habt ihr einen Kaffee für mich? Er atmet nicht mehr. Donnie hat aufgehört zu atmen. Nur wegen dem Ding müssen die in der Traumwelt bleiben? Ja. Warte, was hast du? Nein. Was ist das? Die Barriere ist gebrauchen. Wir sind frei. Es geht euch gut. Das Obturaculum ist kaputt. Die Biber sind frei und bereit, unsere Welt zu vernichten. Alles ist verloren. Alles ist verloren. Augenblick mal. Oh, nö. Hi, Dave. Hi, Mikey. Halt die Krabbe, Dave. Das ist alles? Davor habe ich die Welt beschützt über 40 Jahre lang? Vor Plüschtieren? Wäre ich jetzt an eurer Stelle, dann würde ich... Abhauen. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Kommt, Biber. Verlassen wir diese Welt. Für eine, in der wir... Schon gut. Wir verschwinden. Blöder Rüppel. Leute, wir brauchen ein paar schnellere Reifen. Was machen die da? Sieht für mich nach einem Rennen aus. Ist dieses grauenhafte Ding dort etwa Donny? Ich komme nicht an ihm vorbei. Juhu. Der Speed Demon gewinnt das Rennen, das Auto und einen nagelneuen Fahrer. Yeah, Baby. Jetzt gut festhalten, Doc. Das lang ist am Zeit, dieses Rennen zu gewinnen. Das war's, das war's, das war's, das war's. Okay, Doc, Zeit für den Autopiloten. Hey, du lahme Schnecke, jetzt bist du fällig. Wo zur Hölle ist der hin? Jetzt bist du fällig. Jetzt kriegst du ein bisschen Farbe ins Gesicht, du Freak. Ich warte am Ziel auf dich, Casey Jones. Wer hier gewinnt, ist mir vollkommen egal. Ich will bloß mein Freund wieder zurück. Gungala! Allein, Gungala! Donnie, alles in Ordnung? Ich, äh, ja, ich, ich denke schon. Ich werde dich zerkrauen und dann wieder ausspucken, Jones. Oh nein. Ich klär das für dich, Casey. Lass meinen Freund in Ruhe! Ich komme wieder! Juhu, yeah! Der Partybus hat das Rennen gewonnen! Jungs, Jungs, könnt ihr mich hören? Geht's euch gut? Leo! Leo! Ja, uns geht's gut! Aber uns läuft die Zeit davon! Leo, warte! Ich bin direkt über uns! Leo, bist du... Alles okay! Ich lasse mich nicht von so ein bisschen Schmerz aufhalten! Und was ist mit dir? Mir geht's super, ich hab alles im Griff. Ich muss mich einfach nur selbst zwischen den Augen treffen. Ich hab das wie bei dem Kiep. Wie geht's? Festhalten! Mach weg! Ich fürchte, das Ganze wird ganz schön knapp. Ich werd' uns hier rausholen. Ich hol' uns hier verdammt noch mal raus! Oder vielleicht auch nicht. So leicht gehen wir nicht unter. Das mit dem Untergehen nimmt das Ding vielleicht wörtlich. Halt lieber die Luft an! Leo, alles okay? Oh nein! Oh nein! Ah! Leo, mir fällt grad was ein. Als Casey und Donny dem Ding einen Schlag verpasst haben, hat er sein Gleichgewicht verloren. Das ist ein Versuch wert! Mach dich bereit zu springen! Springen? Bist du irre? Er verstopft das Loch! Ist doch gut, oder? Nein, überhaupt nicht! Der Druck von unten muss ja irgendwohin entweichen! Wenn der Geysir nicht ausbrechen kann, dann wird der ganze Berg explodieren! Jungs! Entwegt euch! Okay! Freut mich wirklich, euch zwei hier zu sehen! Ja, danke, Feierleck... April, deine Augen, die sind immer noch... Ja, und ich kann grad gar nichts mehr sehen. Die Kreatur ist von totaler Dunkelheit umgeben. Ähm, Leute, explodierender Berg? Schon vergessen? Fels da wieder! Wartet! Ich kann wieder sehen! Ich kann endlich wieder sehen! Da! Hier entlang! Hier entlang! Ja! Hu-hu-hu-hu-hu-hu! Wir haben's geschafft! Wir sind noch am Leben! Okay, Mikey! Was hat dir Meister Splinter gesagt? Sei so ruhig und stark wie der Wald! Nicht jetzt, Kätzchen! Lenk mich nicht ab! Wenn ich mich konzentriere, gewinne ich am Ende! Muss konzentrieren mich total! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Nein, ich muss stark wie der Berg sein und standhaft bleiben. Und da heißt es, du wärst der cleverste von euch? Ich bin doppelt so groß und sicher dreimal so stark wie du. Du wirst versagen! Sei stark wie der Berg. Atmen, Raph. Splinter hat recht. Ich muss die Kraft meines Zorns unter Kontrolle bringen. Nur so schaffe ich es, sie für mich zu nutzen. Na, gehen wir noch mal schwimmen? Ich wette, dein Spielzeug funktioniert nicht so gut unter Wasser. Adios. Dein verwundetes Bein ist nur noch der Ballast für dich, der dich in den Abgrund der Niederlage zerrt. Shredder hat recht. Meine Verletzung wird mich immer wieder aufhalten. Ich kann nicht gewinnen. Es sei denn, den Schmerz gibt es nur in meinem Kopf. Er ist nur eine Ausrede. Und gar nicht echt. Es wäre Zeit, das zu Ende zu bringen. Turtle. Da hast du recht. Da hast du recht. Ich habe dich hier besiegt und irgendwann schaffe ich das auch in der realen Welt. Diese Typen sind vollgepanzert. Oh nein. Als würde man gegen einen vierarmigen Müllkipper kämpfen. Halt still, du kleine Zuchtgarnele. Splinter? Wacht auf, Splinter! Ihr seid keine Ratte. Ihr seid Hamato Yoshi. Oh! Shut up! Halt, Tir! Ha! Oh yeah! Booyah! Kachah! Hä? Mikey! Die Ratte entwischt uns! Kommt schon, Meister Splinter! Kommt wieder zu euch! Ich mach das Feuer, Lötchen! Meister Splinter! Seht mich an! Meister Splinter? Lass mein Gesicht in Ruhe, du Krabbenwicht! Oh nein! Vater? Sensei? Meine Söhne! Ihr seid wieder zurück! Ich... Ich kann's kaum fassen! Wie sehr habe ich euch vermisst, meine Söhne! Und auch den Rest meiner Familie! Gut! Nur bitte versucht nie wieder mein Gesicht fressen zu wollen! Die Turtles leben also noch! Und die Ratte denkt endlich wieder wie ein Mann! Jetzt wirst du wissen, wenn du meine Klinge an deinem Hals spürst! Wartet, Sensei! Wartet, Sensei! Ja, für einen Kampf ist jetzt die falsche Zeit! Da irrst du dich aber gewaltig! Wer spart dir den Schmerz? Gib sie mir! Und deine Qual hat ein Ende! Bleib an, biusartige schlanke Frau! Elender Feigling! Sehr gut! Gib alles, was du hast, du! Fischstäbchen! Du redest zu viel! Und das soll was heißen, wenn ich das sage! Ja, jahuuu! Jum-Mond! Jum-Mond! So besser! Endlich kann ich mir wieder beim Denken zuhören! Karai! Du musst von ihr weg! Schnell! Lass dich nicht von ihnen fangen! Komets! Komets! Komets? Was soll das bedeuten? Oh nein! Meine Tochter! Sie ist nicht deine Tochter! Ich habe sie aufgezogen! Für sie gesorgt! Sie ist mein! Was?! Was?! Dafür muss jemand büßen! Bringt sie ins Stockmans Labor! Boah. Was ist da eben gelaufen? Wir hatten sie doch. Es war zu gefährlich für sie, Raph. Wir finden sie wieder. Und sie gab mir einen Hinweis, wo wir sie finden. Sie zeigte nach Osten und sagte Komet. Eine ausgezeichnete DNA für eine Versmelzung findet ihr nicht. Also ich möchte wirklich kein Warzenschwein sein. Ein Warzenschwein. Ich will nicht mutiert werden. Ich bin viel zu hübsch. Die Damenwelt liebt mich. Ihr habt meinen heiligen Helm gestohlen und meine Tochter gejagt. Euer Schicksal ist besiegelt. Nein, nein. Schredder, wie lange kennen wir uns jetzt? Schon seit zehn Jahren, oder? Anton, Zack wird zuerst mutiert, weil er den Kurokabuto gestohlen hat. Können wir nicht von der Kurokabuto reden? Ah! 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 Oh nein! Seht mich an! Ich bin ein verflixtes Warzenschwein! Und jetzt Ivan Steranko, mein alter Freund. Auch dein Tier ist äußerst passend. Also ganz vernünftig betrachtet bin ich für dich ja wohl nützlicher als normaler Mensch, nicht als Mutant! Jetzt! 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 Oh je! Irgendwie fühle ich mich nicht so gut! Oh, jetzt! Seht mich an! Die haben uns beide zu Freaks gemacht! Hey! Kommt raus, ihr erbärmlichen Feiglinge! Komm und hol uns, Rocksteady! Hey, Rocksteady! Suchst du etwa nach Retro-Mutter-Gen? Macht euch bereit für die Tassel-Afterbahn! Er holt auf! Kann das Ding denn nicht schneller fahren? Ja! Woah! Nimm das, Nasal! Mikey! Mikey! Ihr gebt mir jetzt sofort das Reiz, Romuthagin. Na los, Schweinebacke. Zeig dich gefälligst. Sein Name ist B-Bob. Mein Name ist nicht B-Bob. Oh, Mist. Turtles, gebt mir das Retro-Mutter-Gang. Lass ihn erst los. Ich vertraue dir nicht. Habe ich dein Wort, dass ich es dann kriege? Ja, du hast mein Wort. Danke, Bro. Das Retro-Mutter-Gang jetzt. Du willst es? Dann schnapp's dir. Nein, ich hab für sein Wort. Ja, aber ich nicht. Oh, nein. Hey, Horn rüber! Ja! Pujagasha! Wo ist es? Rocksteady, nimm das! Du hast dir den falschen Abend ausgesucht, um dich mit mir anzulegen. Sind alle okay? Ich denke, ich hab nur ein, zwei Verstauchungen. Karai, ich weiß, du bist hier, also komm raus. Du musst ab jetzt keine Angst mehr haben. Wir können dir helfen. Mit dem hier. Es hat nicht gewirkt. Donnie? Ich hab's dir gesagt, Leo. Karai ist etwas Besonderes. Sie ist keine normale Mutantin. Dann war das alles umsonst? Es war nicht umsonst, denn von jetzt an wirst du bei uns bleiben. Wir kümmern uns um dich. Das verspreche ich dir. Nein, zu gefährlich. Meine menschliche Seele verlässt mich. Und wieso wolltest du dann, dass wir dich finden? Ich wollte nur noch lebwohl sagen. Und zwar euch allen. Nein! Karai! Wir finden einen Weg, um dir zu helfen, Karai. Versprochen. Ähm, Jungs, was ist schlimmer als gewöhnliche Krang? Fliegende Krang? Wir müssen Donnie absichern. Ja! Ah! Ah! Hey! Mein Kopf! Du Idiot! Ah! Niemand lädt sich mit Krang so prima ran. Und jetzt stoppen wir das Ding da. Ah! Ah! Walter, von mir, ihr verdabten Fricks! Ah! Ah! Nein! Oh, verdammt! Leute! Festhalten! Steig auf zum ewigen Ruhm mit der Krang! Donnie, mach schnell! Wir verlassen gleich die Atmosphäre! Hör auf, mir so einen Druck zu machen! Ich schieb das Ding jetzt direkt zur Sonne! Und was machen wir jetzt? Wir springen! Törtelgleiter aktivieren! Wow! Das war echt knapp! Ich hab gesehen, wie mein ganzes Leben sich von meinen Augen abspult! Und was gab's zu sehen? Pizza! Überwiegend Pizza! Das war abgefahren! Die Törtels haben die Rakete umgelenkt! Yeah! Das wird mit nem Brot gefeiert! Pizza! Pizza! Pass auf! Alles okay? Ich glaub schon! Nein! Booyakasha! Bring! Sofertiger Rückzug! Rückzug! Haha! Ja! Ja! Leverhead! Leverhead! Mein Freund! Das hat alles für deine Teamkameraden gegeben! Ich sag doch, ich hab mich geändert, Leonardo! Ich bin zu einem guten Turtle geworden! Wir brauchen dieses Portal, hörst du! Gib mir noch zwei Sekunden! Da kommt noch das Retro-Mutter-Gen rein! Irgendwas stimmt nicht! Was ist hier los, Donny? Lagebericht! Ich sagte doch, dass das Technodrom mit Mutter-Gen läuft! Und das Retro-Mutter-Gen legt die Triebwerke lahm Käpt'n! Nicht übertreiben, Donny! Ich werd einfach den Treibstoff-Konverter anpassen, die Quantum-Defiblitrone justieren und... Voila! Mikey, das war... Echt genial, ich weiß! Zeitverschwendung! Setz das Ding in Bewegung! Wir wollen endlich die Menschen retten! Hier ist Crangy! Okay, Donny, ich hoffe, das Portal ist geöffnet! Ruf die Mutanimals an! Bitte melden, Dr. Rockwell! Doc? Hallöchen? Irgendwer da? Na toll! Wenn die Mutanimals uns nicht hier wegbringen können, ist die ganze Rettungsmission gescheitert! Und wir werden nie nach Hause kommen! Ja, ja! Jetzt leg endlich los, Rockwell! Also, wenn ich jetzt das Portal transformiere und einen dreidimensionalen Strahl aufbaue... Ja! Ja! Das Portal steht wieder! Wir haben's geschafft, Jungs! Donatello, wir sind wieder online! In 30 Sekunden teleportieren wir euch heim! Ich sende jetzt die Koordinaten und passe sie in den fünfdimensionalen Raum an! Da sind sie! Die mutierten Menschen! Oh Mann, seht euch das an! Sie müssen schuften wie gravarianische Ameisenmenschen! Aber nicht mehr lange! Bist du mit dem Retro-Mutter-Gen soweit, Raph? Geladen und entsichert! Feuer! Reife Leistung, Raph! Wir sind aber noch nicht so ganz fertig hier! Und ich hab noch nicht mal so richtig angefangen, Turtles! Ich bin nämlich hier, um euch aus euren Panzern heraus zu schälen! Donny, wir müssen diese Menschen sofort von hier weg teleportieren! Bin schon dabei! Es funktioniert! Gerade wurde eine multidimensionale Transmaterie-Maschine zu einem Masse verschiebenden Teleporter! Ich hab keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber heißt das Hurra? Das Teil bringt uns im Movie daheim! Teleportation ist ne ganz tolle Sache, Leute! Genauso wie bei den Space Heroes! Niemals! Vergesst es! Keiner beamt mich hier in Einzelteile! Überraschung! Habt ihr mich etwa vergessen, Turtles? Okay, dann beam uns mal in Einzelteile, Donny! Eliminiert die, die bekannt sind als die Turtles! Lenk sie irgendwie von mir ab, Leo! Ich bin immerhin der Pilot von diesem Ding hier! Von dir ablenken? Wie denn? Ja, das ist eine sehr gute Frage von einem grünen Schnabel wie dir! Woa! Wow! Ja! Oh! Ein paar Menschen sind noch übrig, Raph. Wie viel Retro-Muttergen haben wir noch? Nur noch 10 Prozent. Okay, jetzt haben wir alle eingesammelt. Ich übermittle euch die letzten Koordinaten. Unsere. Hol uns hier raus, Rockwell. Kein Problem. Leo! Ihr seid am Ende, ihr Tatlabschaum. Ihr seid erledigt. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Nein! Diesmal habe ich diese Kröten sowas von so gut wie gehabt. Ich war so dicht dran. Ach, Crank. Ich habe keine Angst vor dir. Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen Angst vor dir. Du? Dieses Spielchen beende ich jetzt. Und dein unbedeutendes Leben gleich mit. Du hast Kampfgeist, Junge. Aber ich habe dieses Spielchen satt. Was? Ja! Vernichtet sie! Sie dürfen nicht in die Nähe des Behälters kommen! Ihr denkt also, wir schaffen den nur gemeinsam? Und ich schaffe dich allein. Ja, renn nur, du kleiner Narr! Renn! Wer rennt denn hier, Rasa? Booyakascha! Es reicht jetzt, Shredder. Ich lasse dich nicht nochmal davonkommen. Ich habe keine Zeit für deine leeren Drohungen, Törtel! Eishockey-Bengel! Ich werde dich jetzt vernichten. Ah. Na dann mal los! Dann! Ah! 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 Das war meine Chance, Shredder zu beeindrucken und meine Position zu festigen. Und du hast sie ruiniert! Puh! Ich vergiss später ein paar Tränchen für dich. Ah! 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 Warte. Chemikalien? Hier werden also die ganzen Zusatzstoffe aufbewahrt, die in Maikies Käsebällchen sind. Damit könnte ich Shredders Chemikalien kontaminieren. Oh, Donatello, du bist ein Genie! Hahaha! Was treibst du da, Törtel? Führst du selbst Gespräche wie ein Irrer? Nein! Lern endlich deine Wut zu kontrollieren! Kontrollier dich doch selbst, Kätzchen! Ah! 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 Nein! Ah! 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 Guten Flugabschau. Ich meine, Hand. Haltet ihn auf! Wo soll es denn hingehen? Mach's gut, Fishface. Er schießt und kräft! Nein, ihr Narren! Was ist das für ein Zeug, Donny? Die geheime Zutat in Maikies Käsebällchen. Ja! Warte! Was? Los, schnell raus hier! Die Turtles denken, sie hätten diesen Kampf gewonnen. Aber sie haben damit nur meine Pläne ein wenig verzögert. Räumt den Laden hier auf und fangt von vorne an. Ist eigentlich gar nicht so unlecker. Ich wusste, er ist bloß ein freakiges Kotzmonster. Los auf ihn! Du holst die Chemikalien, wir erledigen die da. Was soll das alles, Müllonkel? Du wolltest doch ein Held sein. Tja, ihr habt mich in ein Monster verwandelt. Und jetzt werdet ihr gleich erleben, was die so alles können. Keine Ahnung, was diese zwei Freaks dir erzählt haben, aber wir sind nicht dafür verantwortlich. Regnado! Wir sind gerade echt nett zu dir. Hier scheint ein Missverständnis vorzulegen. Wir wollen... Wir wollen hier wirklich nicht... Regntun! Warte! Willst du das noch essen? Mühlmann, hör auf! Die nutzen dich nur aus! Mühlmann, hör ja nicht auf die Lügen der Turtles. Wir erledigen sie und du gehst ins Labor. Ich bitte dich, Mülli. Dir fällt es jetzt schon schwer, in den Spiegel zu sehen. Wie ist das wohl, wenn du erst ein Krimineller bist? Wenigstens wäre ich dann wieder ein Mensch. Und niemand bezeichnet mich dann noch als Freak. Ist doch egal, wie man dich nennt. Solange du das Richtige tust. Bei so viel Rührseligkeit kommt mir gleich das giftige Kotzen. Geht's geht's Labor! Nicht von dir, für uns nach Thalen zu suchen. Müllwall ist doch ein Held. Das heißt, die entscheidende Chemikalie. Wolltest du nicht wieder ein Mensch sein? Knapp sie dir endlich. Wir retten dich, Kumpel! Oh nein, ist alles okay? Wie viele Finger siehst du gerade? Nein? Ist alles okay, Mülli. Ruhe dich einfach eine Minute aus und wir erledigen die Nasen da. Nein, die gehören mir! Schleim sie zu! Oh, das war schwach, Alter! Nicht, die Chemikalie! Du hast den Schlüssel für den Van. Ich glaube, wir sollten Schleunigs Vollgas kennen. Worauf warten wir noch? Erledigen wir diese zwei Freaks endlich! Das Problem ist gelöst, Kumpel. Und wenn du jetzt was Richtiges erledigen willst, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Hör zu, Turtle-Männer. Ich weiß, ihr hattet eigentlich nur vor mir, äh... Schon gut, Müllmann. So was kommt vor. Ist schon okay. Ja, uns wurde schon viel Schlimmeres unterstellt. Ganz ehrlich. Ja, dass wir kinderfressende Monstermutanten sind. Verdrückt euch, Freunde. Ich erledige das. Raph, du musst Shredders Kontrolle durchbrechen. Das bist du noch gar nicht. Wo ist dein sturköpfiges Gemüt? Hältst du mich für naiv? Nichts, was du sagst, ändert etwas, Leonardo. Komm endlich zu dir, du Idiot! Ich denke, ich verstehe es jetzt. Du hast keine Emotionen, weil du Schrudders Marionette bist! Offen gesagt glaube ich, es gefällt dir zu tun, dass Schrudder von dir verlangt! Vermutlich liebst du es sogar! Raph? Wie läuft es denn so, Bruder? Stockman, was ist hier los? Ich hab keine Ahnung, Sir! Au! Leo, du bist ein Genie! Autsch! Au! Autsch! Ganz im Gegenteil zu dir, Rockwell! Autsch! Au! Au! Du bringst mich zwar dazu, mich zu Ohrfeigen! Au! Hättest du aber ein Gehirn, das was leisten kann! Wärst du vielleicht... Treffer als ein sabbernder Paar wie ein... Au! Was? Wie kannst du es wagen, du reptilienhirniger evolutionärer Rückschlag? Au! 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 Sorry wegen der fiesen Sprüche, Doc! Tja, sie waren erforderlich, auch wenn sie nicht mal ansatzweise treffend waren! Wir sind uns wie immer uneinig! Jetzt puste diesen Wurm aus Flash raus! Au! Gah! 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 Es wird Zeit, dass ich das Experiment beende! Gah! 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 Turtles! Mutanimals! Angriff! Ja! Kau! Mach! 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 Ha. Für heute reicht's! Auf die Plätze! Ihr habt keine Sons! Fertig! Los! Tja! Das läuft doch gar nicht so übel, Jungs! Paketenskates? Das ist nicht fair! Jetzt setz dich endlich hin, Idiot! Hast du das gerade etwa wirklich getan? Jede Wette, dass er noch mehr schummelt! Warte! Warte! Das soll das Schlimmste sein, was er taugt hat? Das hab ich nie gesagt! Oh nein! Nicht auch noch das Aquarium! Was soll an dem Aquarium so schlimm sein? Ah! Rüber! Mahla! Ja! Vorsicht! Da! Und da! Und da! Ich hasse Meeresfrüchte! Schacht mir diese Weißer-Verfanzer! Fischface ist uns weit voraus! Skatet schneller! Gulle Nuscha! Gebt Gas und seht zu, dass ihr immer den Pfeilen ausweicht! Welchen Pfeilen denn? Wir sehen uns im Ziel, ihr Idioten! Da ist das Zielband! Beeilt euch! Wir können es immer noch schaffen! Oh nein! Sever wird gewinnen! Niemals! Wir machen das jetzt wie Popis-Pro! Oh yeah! Woah, woah, woah! Entschuldigung, darf ich mal kurz? Kawabunga! Noch ist es nicht vorbei! Los, Mikey! Los! Oh, verdammt! Nein! Ich habe es! Keiner! Der schneller! Als Sever! Nein! Zeit, dass Casey Jones sein Team wieder ins Schwung trägt! Ja! Das gibt's doch wohl nicht! Nein! Nein, Ihre Schummler! Ihre Zeit, ganz furchtbare Beispiele für unsportliches Verhalten! Wir haben nicht geschummelt! Wir haben aufeinander aufgepasst! Du hast mir gesagt, auf der Straße kämpft jeder Mutant für sich selber! Aber da hast du falsch gelegen! Freunde lassen nicht zu, dass Freunde von Häusern gestoßen werden! Jason, du bist ein Verräter! Mein Name ist Mondo Gekko! Ja! 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 War das alles? Casey und Mikey können gut auf sich selbst aufpassen! Das mit uns ist noch nicht vorbei, Herr Delz! Echt mieses Rennen! Hätte ich mal bloß auf den Gekko gewettet! Dunkel auf! Du spürst die Wirkung immer noch, oder? Du bist schwach, Leo! Und total am Ende! Rin, Pyo, To, Sha! Mu, Ryo, Yu, Sang! Rin, Mu, Pyo, To, To, Kai, Gen, Rezu, Sai, Zen! Was tust du da? Was ist das? Frau, Ko, Jo... Das hat ein Geist, Vor-这 was alles braucht, aber auch noch nicht existiert. Nein! Schaar! April, ihr habt es geschafft, Splinter. Oh, ich danke euch. Oh, mein liebes kleines Mädchen. Komm mit uns mit, Karai. Ach, Karai. Rin, Pio, Tau. Oh, Mann. Schlangenbisse sind ja noch viel übler als übel. Schlangenbisse sind vergleichsweise harmlos. Ich wurde schon von Riesenwespen gebissen und Mutantenhunden, Traumbebern, Eichhörnchen, mutierten Eichhörnchen. Hör endlich auf zu quatschen! Es waren nicht wirklich Schlangen, die uns fast erledigt hätten. Es war Karai. Sie steht wieder unter Shredders Kontrolle. Er ist für ihr Handeln verantwortlich, nicht Karai. Du solltest dich an deinem Sieg erfreuen. Du hast heute Abend Großes geleistet, Leonardo. Du hast alle gerettet. Alle bis auf eine. Karai wird noch immer von Shredder kontrolliert. Ich habe versagt, Sensei. Es tut mir leid. Wir haben sie schon einmal gerettet, Leonardo. Womöglich schaffen wir das ja noch ein weiteres Mal. Doch du verfügst jetzt über die Gabe des Heilers. An der Grenze zum Tod bekamst du eine Kraft, über die nur wenige Ninjas verfügen. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. Ähm, Leo? Wir wollten dir einfach nur danken, weil du uns gerettet hast. Ja. Du hast die Footbots vermöbelt, das Gift aufgehalten und uns da rausgeholt. Und das ganz alleine. Das hätte sonst keiner hingekriegt. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht habe ich heute doch viel erreicht. Wenigstens habe ich noch meinen Entropie-Pfeil. Am besten sorge ich einfach dafür, dass ihr nie existiert habt. Benutze ihn nicht. Sonst kommen wir nie mehr in unsere Gegenwart. Was? Oh yeah. Nein. Oh nein. Vergiss es, du Forzgurke. Genau. Er ist unverwundbar. Er ist unverwundbar. Er ist unverwundbar. Er ist ein Wunderschönen. Er ist unverwundbar. Wir müssen einfach nur... ...einfach nur das hier machen! Oh, je! Druck auf den blauen Knopf, Donatello! Mal sehen, wie das Ding funktioniert! Turtle, lass uns erst reden, bevor du irgendwas Vorheiliges tust! Oh, nein! Bist du dir diesmal auch wirklich sicher, dass er endgültig weg ist? Absolut, ja. Also, ich glaub schon. Mit 96-prozentiger Sicherheit? Renette! Du kommst jetzt sofort wieder in die Zukunft zurück! Du hast Hausarzt! Oh, Grog. Ich bin schon unterwegs, laut Simultanus. Ich muss aber vorher noch die Turtles absetzen. Oh! Die legendägeen Turtelkrieger? Das ist ja echt krön! Okay, meine Freunde, dann können wir jetzt heim. Renette, ähm... Können wir in der Zukunft mal so ein bisschen abhängen? Nur so wir beide? Nur so für eine Weile? Ähm... Oh, das würde mir sehr gefallen, Mikey. Irgendwann machen wir das. Und jetzt nichts wie weg, ihr Töchelhelden. Kawabanga! Oh, nein! Oh, nein! Zeitinterferenz! Irgendwas stimmt nicht! Jungs! Oh, nein! Und wo zur Hölle sind wir jetzt auf einmal? Der Zeitstrahl muss sich irgendwie verheddert haben. Und jetzt sind wir in... In Japan? Naja, immerhin sind wir wieder in unserer Gegenwart. Jungs, das sind Ninjas. Ich sag mal, wir stecken schon wieder in Schwierigkeiten. Meine Liebe zu dir und Miwa brennt in meinem Herzen. Viel heller als alle Sterne des Universums. Wie erbärmlich! Ich werde diese Ehrlosigkeit nicht dulden! Saki! Shen! Ich will jetzt deine Entscheidung von dir haben. Und ich hoffe, du triffst die Richtige. Ich habe sie bereits getroffen. Nimm Miwa und geh, Shen. Aber Yoshi! Saki! Bitte! Ihr seid doch Brüder! Nein! Wir waren nie vom selben Blut! Shen! Geh... Jetzt! Wie kann man jemanden läden und ihn gleichzeitig so dermaßen hassen? Wenn du dich danach sehnst, durch meine Hand zu fallen, Bruder, dann soll es eben so sein! Ich finde diese Dinge allmählich echt lecker. So sieht's aus, Ninja! Wir Yokai werden alle eure Seelen stehlen! Wir ziehen sie euch aus dem Hintern! Aus dem Hintern ziehen? Was? Das stammt aus einer echten japanischen Legende. Kommt mit, wir gehen jetzt zum Dojo! Wir sind zusammen aufgewachsen. Hör auf, gegen mich zu kämpfen! Wieso sollte ich? Nach so vielen Lügen! Nach so viel Unehrenhaftigkeit! Du hast dich nur selbst entehrt! Du warst immer voller Neid! Hast Komplotte geschmiedet! Du warst immer voller Hass! Jungs, seht ihr das auch? Feuer! Bitte, Bruder, zwing mich nicht, das zu tun! Saki, das Gebäude stürzt gleich ein! Dann finden wir beide eben den Tod! Wir müssen irgendwie da rein! Wir müssen irgendwie da rein! Wir müssen irgendwie da rein! Nein! Bitte, hört auf! Nein! 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 Ah! 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 Ich werde mich jetzt um dich kümmern, meine Kleine. Und ich nenne dich Karai. Splinter! Schein! Mikey! Ja! Ja, viel abgefahrener als Videospiele. Die Sprengtonne ist bereit. Feuer! Befülle Raketenwerfer! Ich muss mich an irgendetwas festhalten. An sowas habe ich nicht gedacht. Es greift uns an! Donnie, wie sollen wir dieses Ding aufhalten? Was sollen wir jetzt tun? Keine Ahnung, vielleicht mehr Knöpfe drücken. Ah! 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 Setz das Ding in Bewegung! Schnell! Der verbrennt sich gleich tierisch seine Schnauze! Ah! 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 Es ist die Zunge, Leo! Die Zunge ist das Gehirn! Ah! 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 Wie halten wir dieses Ding endlich auf? Warum fragst du mich das? Mikey steht doch so auf dem Monster! Wo ist er? Kawamanga! Mikey, einfach unglaublich! Boyakasha! Das ist unsere Chance, das Ding zu erledigen! Feuer! Ja, Enkelhaft! Boyakasha! Hier kommt der Rasenmähermann! Der wächst immer wieder nach! Flambier diesen Freak! Da ist jemand wütend auf uns! Oh nein! Oh nein! Leo! Das ist der Beast! Oh nein! Ja! Lassen die Brüder! Lassen die Brüder entfrieden! Ja! Oh nein! Na schön, Creepfake. Ja, ganz genau. Ich hab dich Creepfake getauft. Gefällt's dir? Nicht so, oder? Ja, Pech für dich. Du willst mich? Komm und hol mich! Geh weg von ihm, du längst ausgestorbene Digitaria Sanguinalis! Donnie? Weißt du, was das ist? Retromotagein-basierter Unkrautvernichter! Hasta la vista, Baby! Donnie, du bist wieder da! Dein Gegengift hat echt funktioniert! Hat's das? Ich meine, natürlich hat es das! Was zu... Jungs! Hilft mir! Mikey! Und jetzt müssen wir Donnie befreien! Nein! Ich schneid dich los! Nein! Dieser Helm ist total verkabelt! Wenn du versuchst, mich zu befreien, dann verbrutze ich! Ganz ruhig! Ich weiß, was zu tun ist, dank der 50 Puzzle-Apps auf meinem T-Phone! Ja! Mikey! Das war der Hammer! Ja, ich war schon als kleine Schildkröte voll der Hammer. Du hast verloren, meine Tochter! Du solltest aufgeben, meine Söhne sind frei! Ich werde mich nie geschlagen geben! Niemals! Doch, du sollst du raus? Niemals! Beide zuこれは Schildkröten! Ich liebe dich, Miwa. Miwa! Nein! Für diesen Sieg wirst du teuer bezahlen, Yoshi-san. Sensei! April! Kein Signal. Muss noch höher rauf. Raph! Was ist passiert? Bist du etwa gecrankt worden? Zog hat seine alte Ausrüstung gefunden und dann hörte er nicht mehr auf mich. Ich hab mich geirrt, Leo. Sowas passiert selbst den Besten. Hey, Zog! Du bist doch nicht sauer wegen dieser ganzen Commander-Zorath-Geschichte, oder? Nein! Puh! Auf einem Planeten wie der Erde erwartet man nichts als Verrat. Wir Triceraton waren immer stolz auf unsere Loyalität und Ehrlichkeit. Ihr Erdnuckel seid doch bloß voll von lauter Lügen und Täuschungen. Hey! Wen hast du hier gerade Erdnuckel genannt? Okay, Mann. Es tut mir leid, aber du warst ganz schön mies drauf und ich musste dich irgendwie wieder runterbringen. Und... Was hast du eigentlich mit dem Ding, was wie eine Bombe aussieht, vor? Das ist keine Bombe, sondern ein Peilsender von uns. Puh! Damit ruft man die Kriegsflotte des Imperiums herbei. Damit sie Crank-infizierte Planeten wie den hier für immer vernichtet. Hey! Was?! Uh! Oh! Oh! Man kann die Cranks stoppen, ohne Planeten zu vernichten, Beflödmann! Oh! 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 Sorg! Stell dir vor, was unsere Spezies voneinander lernen können! Oh! 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 die sicherheit der galaxie warum zum teufel sollte man euch verschonen weil wir freunde sind sorg freunde wir waren ein gutes team wir haben die krank gemeinsam gestoppt also du das nicht mann du unserer welt das nicht an du na tut mir leid dass ich dich belogen habe sorg aber ich lass meine welt nicht platt machen na dann mache ich eben dich sorg sorg greif meine hand lang lebe das triceraton imperium nein tut mir leid ralph aber immerhin haben wir die krank aufgehalten und das angriffssignal von sorg oder genau und deshalb müssen wir uns keine sorgen machen dass wir von weltraumdinosauriern vernichtet werden ich hoffe du hast recht april ich will dass du und leatherhead splinter und die restlichen mutanimals holt versammelt so viele freunde wie ihr könnt ich sag dann bescheid wo wir uns treffen okay was hast du vor leo ich fürchte wir werden jede hilfe brauchen die wir kriegen können diese triceraton sind wissenschaftler sie programmieren gerade den schwarze loch generator na toll und da kommen die soldaten okay wir sollten die anderen herrufen schnell reichen wir dir denn nicht oh nein seht ihr das für das triceraton imperium sie zapfen all unsere energie vorräte ab um ihre waffe aufzuladen du meinst kein fernsehen das könnt ihr nicht tun also gut team das ist vielleicht unser allerletzter kampf seid ihr bereit erben kreaturen angriff schaltet ihre waffen aus bischof nein schafft diese wesen zur luftschleuse und erledigt sie uns kannst du gern zerstören moza das ist schon okay ach ist es das aber ich bitte dich ein allerletztes mal bevor ich dieses ganze schiff abstürzen lasse lass die erde überleben oder ihr werdet vernichtet leere drohungen was soll das nein stopp ja 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 das ja 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 Ich hab euch dein 0,0 nichts raus Komm schon Ja, danke April, du bist der Wahnsinn Jetzt hol ich den Rest von euch raus Nein, dafür ist keine Zeit mehr Los, verschwinde April Los, schnell, verschwindet Schnell Saki, uns bleibt keine Zeit mehr Nein Nein Wir sind alle verloren, Alter Hach dich an mir fest, mein Freund Shredder Was habt ihr getan? Hamato Yoshi ist vernichtet Die Erde kann meinetwegen sehr gern zerstört werden Denn ich hab letztendlich doch noch gesiegt Was ist das? Was ist das? Ja Was ist das? 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 Wir sind nichts Behaltet euch, wir haben nicht viel Zeit Können wir ihm vertrauen? Haben wir denn eine Wahl? Lang lebe das Triceraton-Imperium! Lang lebe das Triceraton-Imperium! Alle mal gut festhalten! Untertitelung des ZDF für funk, 2017